Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. The power of one, the power of two. Und statt the power of many sind wir heute nur hier zu dritt, aber wie schon bei unserem Ersteindruck zur The Ecolite, zum einen meine Wenigkeit, zum anderen aber auch der Johannes, grüß dich. Moin moin. Ursprünglich sollte das hier sogar eine Viererrunde sein mit dem lieben Zuhörer Valentin, es hat da allerdings technisch nicht so ganz funktioniert, trotzdem herzliche Grüße an dich. Dafür haben wir aber jemand anderen auf jeden Fall hier am Start, der so gut wie immer bei Star Wars mitmischt, wenn es denn mal Zeit, Kind und Beruf und irgendwas dazwischen zulassen. Und damit begrüße ich recht herzlich den Till. Moin. Ach Gott, keine fancy Star Wars Begrüßung, ich bin enttäuscht. Ja, es tut mir leid, hätte ich jetzt Hello there sagen müssen, ne? Scheiße. Müssen wir alles schneiden, müssen wir alles schneiden. Alles schneiden, ja. Ich sag nur, oh shit, here we go again. Ja, es liegen, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren jetzt nur sechs Wochen, weil die ersten beiden Episoden von Ecolite, die kamen ja glaube ich zusammen raus, ne? Und dann jede Woche eine Folge. Johannes, wir hatten ja unseren Ersteindruck gemacht und da auch so formuliert, was wir so für Erwartungen und für erste Impressionen der Serie hatten. Till, wie ist es denn bei dir? Also du musst jetzt nicht ausführen, dass du der größte Star Wars Fan aller Zeiten bist oder zumindest in unserer Redaktion, sondern eher, wie war so deine Erwartung an The Ecolite? Ich bin der größte Star Wars, nein, ich habe nicht richtig gewusst, was ich erwarte tatsächlich, weil der Trailer, also mir hat der Trailer gefallen, der war mir aber so von dem, worum es gehen wird und was wir jetzt bekommen haben, war der relativ kryptisch für mich, was mich gewundert hat, weil normalerweise sind solche Trailer ein bisschen aussagekräftiger, das ist ja dann auch mal gar nicht verkehrt. Ich habe mich einfach tatsächlich primär darauf gefreut, ungefähr 200 Jahre zurückzugehen und mal nicht Klone, mal nicht Skywalker, mal nicht Imperator und was da alles zugehört zu sehen, weil es baut ja alles, also momentan wird ja viel um die ganze Klon-Thematik mal wieder drum herum gebaut und ich habe mich einfach auf was Frisches gefreut und coole Lichtschwerter und die habe ich bekommen. War ja bei uns durchaus so ähnlich, Johannes, ne? Ja, ich hatte vor allem wegen Leslie Hetland hohe Erwartungen, weil sie ja mit Russian Doll bzw. Matroschka echt was abgeliefert hat und ich fand die Trailer, ja, die haben irgendwie wenig verraten, aber die haben schon Bock gemacht, weil ich glaube, so sehr einige in der Runde Endor lieben. Ich mag Star Wars schon, wenn es um Lichtschwerter und Mystik und die Macht geht. Ja gut, da haben wir ja auch reichlich von bekommen, sowohl in dieser Serie oder auch in den letzten Jahren, ne? Also man muss natürlich nicht gleich mit so einer Anspruchshaltung daran gehen, dass das jetzt hier wie Endor sein sollte. Ich kann nochmal sagen, ich war ja damals, als es angekündigt wurde, durchaus wirklich neugierig auf dieses Projekt, weil ich mir dachte, es ist halt eben mal was komplett anderes und dann auch so, weiß ich nicht, es sollte eine Mystery-Serie sein und sich größtenteils um die Sith drehen. Ja, ob wir das bekommen haben und ob uns das so gemundet hat, werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Ich kann aber nochmal vorher einen kleinen Disclaimer raushauen. Das hier ist, ja, ein Staffel-Recap und damit eine reine Spoiler-Besprechung. Das heißt, wenn ihr die acht Episoden von The Ecolite noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt an diesem Punkt aus, denn, ja, wir werden hier gnadenlos alles wegspoilern. Und, ja, ob man da so viel spoilern kann, ist die Frage. Also so über Folge 3 hinaus kann man, glaube ich, gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ihr seid hiermit gewarnt worden. Ja, womit fangen wir an? Ich meine, die Serie hat ja schon im Vorfeld einigen Backlash abbekommen. Da hatten wir ja auch im Ersteindruck drüber gesprochen. Und für mich steht es auch außer Frage, dass diese Serie aus teilweise niedersten Beweggründen verachtet wurde, schon im Vorfeld. Also schon bei den Trailern gab es ja massives, ja nicht Review-Bombing, aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, hier YouTube-Kommentare, Dislikes etc. Da wurde das Ding ja förmlich von heimgesucht, bevor überhaupt irgendwas wirklich veröffentlicht war. Also ich finde, man kann es nicht leugnen, dass es diesen Teil, diesen wirklich toxischen, in Teilen einfach rassistischen Teil in der Zuschauerschaft gibt. Und dass die auch massives Review-Bombing betrieben haben. Aber dennoch muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber auch die Verantwortlichen hinter der Serie, ob es die Showrunnerin oder auch Kathleen Kennedy, die ruhen sich auch irgendwie so ein bisschen sehr darauf aus, zu sagen, ja, alle, die die Serie schlecht finden oder kritisieren oder auf jeden Fall nicht so begeistert sind, dass die automatisch das irgendwie aus rassistischen oder misogynen Beweggründen tun. Und ich muss sagen, mittlerweile wirkt das auf mich seitens Hollywoods inzwischen fast schon wie so eine gewisse Masche bei solchen Produktionen. Wie geht's euch da, Johannes? Vielleicht fangen wir mal mit dir an. Also, was man erst mal sagen muss, das ist ja kein wirklich neues Phänomen. Ich finde, die Drastik ist hier nochmal stärker. Also wir hatten das ja auch bei der ersten Staffel von Die Ringe der Macht. Wir haben das auch ein bisschen erlebt bei Star Trek Discovery zum Beispiel, dass da Teile von den entsprechenden Fandoms, das ist bestimmt der Plural davon, Probleme hatten, wenn es irgendwie in eine progressivere Richtung geht. Und ich bin da ganz bei dir. Das ist natürlich völlig absurd, was da passiert. Also auf Rotten Tomatoes war der Audience-Score zum Teil bei 13 Prozent. Inzwischen ist er wieder gestiegen auf 15 Prozent. Damit glaube ich trotzdem noch eine der wirklich, ja, also Star Wars auf jeden Fall im Audience die schlecht bewerteste Serie, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob Resistance kam mir auch nicht gut an, aber hat bei weitem nicht so viel Hass erlebt. Ja, das ist ja auch das Gucken, ja, das guckt auch keiner. Das hat gefühlt keiner gesehen, ja. Ja, da habe ich auch wirklich ultra keinen Bock drauf. Also bei Bad Batch bin ich ja auch schon ausgestiegen. Resistance, spar sie dir. Die ist wirklich komplett vergessenswert. Ja, absolut, ja. Genau, also, ja, was soll man zu sagen, ist natürlich Quatsch, sich so aufzuregen. Natürlich gibt es auch berechtigte Kritik an der Serie. Ich finde es, glaube ich, nur wichtig zu sagen, auch wenn vielleicht jetzt von den MacherInnen da so drauf reagiert wird. Ich glaube, das ist halt auch eine Schutzhaltung, ne, weil wenn du so aggressiv im Netz angegangen wirst, dann musst du da, glaube ich, irgendwie drauf reagieren. Und das sind ja auch, also, ne, wir haben das ja auch bei Episode 8 erlebt, wie da mit der Schauspielerin von Rose umgegangen wurde. Das ist halt einfach wirklich jämmerlich. Ja, also, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall in die Richtung. Und Till, wie siehst du das? Also, hast du den Eindruck, dass der Backlash hier wirklich jetzt nochmal neue Sphären erreicht hat? Oder hast du da gar nicht so viel von mitbekommen? Ja, also, ich habe das schon mitbekommen. Das ist ja ähnlich wie bei The Boys jetzt auch gewesen. Das wird ja, das wird ja vorab direkt runter, runter gemacht. Jetzt haben wir hier die Lucasfilm-Leute, die natürlich sagen, ja, das hat nur den einzigen Grund. So, ja, nein, hat es nicht. Das ist, das ist offensichtlich. Aber darauf kann man sich natürlich gut ausruhen. Und das machen viele auch in Hollywood. Das habt ihr ja gerade schon gesagt. Aber es ist nun mal so, je größer das Fantum ist, das Fandom ist, umso größer ist halt auch der Hass. Und Star Wars ist da einfach ganz, ganz, ganz schlimm. Also, wenn wir uns zwischendurch im Discord unterhalten oder texten über was nicht gefällt und was gefällt, das ist ja manchmal lustig. Manchmal denke ich mir, ach Mann, aber jetzt guck doch mal, wie toll das ist. Aber es hat ja nichts mit Haten zu tun. Und wenn ich sehe, okay, da ist jemand irgendwie, keine Ahnung, Bi, Trans, was auch immer, alles zusammen oder gar nichts, dann wird es halt so total schnell runter gehatet. Hier bei The Boys, wie das habe ich ja gerade auch schon gesagt, ist das ja ähnlich. Da gibt es, unter anderem gibt es ja so einen krassen, in Anführungsstrichen, Charakter-Reveal bezüglich Sexualität. Ja, und das macht es halt einfach, das macht ja eine Serie nicht schlechter. Ja, das Ding ist ja, die Leute, die da so gegentreten gegen diese, gegen diese LGBTQ-Community, die wissen ja überhaupt nicht, dass sie die Community dadurch nur noch stärken, so. Aber gleichzeitig auch lauter machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das noch mehr nicht normal ist, sondern noch mehr immer in den Vordergrund gerückt wird. Weil es wäre viel einfacher, wenn wir sagen, okay, er ist schwul, ja, mir doch egal. Der ist hetero, ja, ist mir auch scheißegal. Also das ist, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz bei diesen ganzen Hatern. Weil es wird nicht aufhören, solange diese Seite so laut ist, leider. Also es soll auch nicht aufhören, ne, ich meinte ja auch nicht, dass die, mit diesen ganzen LGBTQ-Cram, das muss nicht aufhören, aber es sollte halt einfach normal sein. Und dann lasst die Leute doch machen. Was halt schon auffällig war, dass die Serie schon im Vorfeld einfach sehr viel abbekommen hat. Also wirklich schon aufgrund der Trailer oder auch schon der Showrunnerin, die ja, ich glaube, Johannes, du hattest es auch im ersten Eindruck erwähnt, die ja, glaube ich, bekennt homosexuell ist, ne. Ihre Ehefrau Rebecca Henderson heißt die, glaube ich. Die spielt ja hier Meisterin Venestra, ne. Die ist ja, ich meine, die ist auch schon in Russian Doll aufgetreten, hatte ich gelesen. Ja. Und sie hat natürlich auch noch, das kommt auch noch dazu, dadurch ist Leslie Hendel durchaus auch eine gefällige Zielscheibe, weil die war ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber die war ja, glaube ich, also die hat ja in Hollywood angefangen als persönliche Assistentin von Harvey Weinstein, soweit man weiß, ne. Oh. Ja. Echt? Ah, okay. Naja. Gut. Man kann besseren Leuten assistieren, ne. Ja, da ist halt auch dann so dieses von wegen, ja, will sie denn von dem jahrelangen oder jahrzehntelangen Machtmissbrauch von Harvey Weinstein nichts gewusst haben. Aber das soll jetzt ja auch nur am Rande Thema sein, was hat ja letzten Endes nichts mit der Serie zu tun. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weil man muss ja sagen, dieser Hass ist ja völlig unabhängig von der Qualität der Serie. Also ich glaube, da werden wir noch drüber reden, über die Pros und Contra der Serie. Aber ganz unabhängig davon, dieser Hass, der zieht sich ja immer Zaun. Also die Leute suchen sich ja alle möglichen vermeintlichen Argumente, um irgendwie da ihren Hass zu verbreiten. Also, ne, es gab ja auch dieses etwas unglückliche Interview von dem Yord-Dersteller, der dann gesagt hat, dass Anakin den Todesstern in die Luft gejagt hat. Und hat er halt gemacht. Aber sorry, ich meine, Harrison Ford hat so viel Schwachsinn über Star Wars erzählt, weil er davon keine Ahnung hat. Da hat das aber keine Sau gestört. Also das ist schon ziemlich krass, wie Leute sich dann einfach auf Kleinigkeiten stürzen, weil sie halt sagen, das passt nicht in die eigene Ideologie. Also das hatte ich nicht mitbekommen. Der Schauspieler hat was Falsches gesagt. Ja, ja, der hat gesagt, Anakin hätte den Todesstern zerstört. Ja, ich glaube, er hat es auch wiederholt gesagt, eben in zwei Interviews. Ja, mein Gott, hat er sich halt vertan. Was weiß ich, Yord ist jetzt auch nicht gerade. Ja, aber das ist halt, das ist ja einfach deren Job. Ja. So, die kommen ja nicht dahin als größte Star-Wars-Fans, sondern die kommen dahin, weil sie sich darauf bewerben, gecastet werden und dann sagen, geil, ich habe in meiner Vita, ob das heutzutage so gut ist oder nicht, in Star-Wars stehen, das ist halt das Ding. Ich muss doch nicht die Lore in- und auswendig kennen. Und das ist dann halt wieder, ja, da wird dann halt wieder weitergebasht. Das ist halt schade. Ja, es sind so übertriebene Beck-Messereien, wobei ich jetzt auch im Hinblick auf Leslie Hetland festgestellt habe, also die hat jetzt einige Interviews gegeben. Also gefühlt hat die ja ab einem, ich glaube so ab Folge drei oder vier, jede Woche ein Interview gegeben, wo sie dann irgendwie Sachen aus der Serie erklären musste und dann da auch irgendwelche Ausführungen hat, wo ich mir denke, ja, warum ist das denn nicht in der Serie? Warum, äh, weiß ich nicht, ja, du kannst es ja irgendwie andeuten, aber das dann irgendwie so vorauszusetzen. Und ich meine, es ist nun mal auch kein gutes Zeichen, wenn deine Serie anscheinend so wenig selbsterklärend ist, dass du jedes Mal selber dann irgendwie, ja, erst mal einen halben Vortrag drüber halten musst, was da jetzt eigentlich genau passiert ist teilweise. Also das spricht dann auch nicht unbedingt für die Qualität der Serie an, was das angeht. Aber die Dame hat sich auch gerne mal widersprochen. Also es ist schon sehr auffällig, dass sie halt erst irgendwie meint, ja, also von dem, was da im Internet ist, da lese ich nichts. Und dann referiert sie aber an einer anderen Stelle, ja, wenn sich da Leute schon aufregen, dass da irgendwie Feuer im Weltraum brennt, ja, also dann kommen aber noch ganz andere Sachen, über die ihr euch aufregen. Dann denke ich mir so, aha, sie will das Feedback also nicht gelesen haben, aber bezieht sich jetzt exakt auf das, worüber die Leute sich beschweren. Und das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber wo man mal generell zu kommen könnte, ist ja die ganze Grundprämisse der Serie. Uns wurde ja versprochen, das spielt 100 Jahre vor eine dunkle Bedrohung. Die Jedi sind hier auf dem Höhepunkt ihrer Macht in der High Republic. Diese High Republic-Ära ist ja auch schon durch Disney auch stark befeuert worden in den letzten Jahren, durch Comics, Romane etc. Deshalb war ich da auch durchaus drauf gespannt. Aber ich muss jetzt leider sagen, im Hinblick auf die High Republic ist das für mich hier nahezu eine Nullnummer gewesen. Also man merkt zwar, dass die Jedi vielleicht eine etwas andere Mentalität haben und dass sie ein bisschen farbenfroher gekleidet sind als früher. Aber unterm Strich könntest du diese Geschichte auch zehn Jahre oder fünf Jahre oder zwei Tage vor Beginn von Episode 1 gefühlt erzählen. Da ist nichts großartig Besonderes. Weiß nicht, Till, bist du mit der High Republic denn irgendwie vertraut oder wie sieht es da bei dir aus? Ähm, nö. Ich hab die Comic-Reihe mal abonniert, aber tatsächlich gar nicht gelesen, weil ich bin nicht zugekommen. Also was ich grundsätzlich, weiß nicht, wenn es 100 Jahre, also wenn es 1000, also wenn es Old Republic wäre, die alte Republik, wenn es wirklich 1000 bis 5000 Jahre vorher wären und die sähen dann so aus, würde ich sagen, okay, sahen sie eigentlich nicht, weil das gibt es ja schon in einem Computerspiel, was Canon ist, aber jetzt 100 Jahre, also die Ära ist so riesig. Mir hat es schon gereicht, dass es ein bisschen cleaner aussah und man hat ja leichte Gewandsunterschiede gesehen. Und hätten die gleich ausgesehen, hätte es mich auch nicht gestört. Also mir ging es nicht unbedingt darum, dass sich alles total anders verhält, weil dafür ist die Zeitspanne einfach zu gering gewesen. Ich hab auch überhaupt keine Verbindung zur High Republic, weil ich keine Star Wars Bücher lese. Ich hab mal ganz kurz in diese Animationsserie reingeguckt, die war ja aber eher für Kinder. Ich hab nur, also ich hab mitbekommen von einigen High Republic Fans, die waren mit der Serie sehr glücklich, auch wenn das zwei Personen waren, die allgemein mit Star Wars Serien immer relativ glücklich sind. Aber ich find schon, also es fühlt sich anders an. Genau, und vielleicht noch so als Disclaimer fürs Publikum, das klang natürlich schon ein bisschen durch. Du bist offensichtlich nicht begeistert von der Serie. Da werden noch im Laufe der Besprechung Till und ich vielleicht ein bisschen eine andere Meinung mit hineinbringen. Was diesen High Republic Aspekt angibt, also das ist für mich halt irgendwie fast schon Blendwerk, weil man lernt auch nicht so wirklich die Jedi an sich kennen. Man sieht zum Beispiel niemals den Jedi-Rat. Das ist alles im Off. Das wird alles nur behauptet. Der politische Aspekt ist auch völlig am Rande. Also jetzt in der letzten Folge ist völlig random so ein Senator eingeführt worden, wo ich mir denke, wofür ist der jetzt hier da? Dieser Senator ist einer der wichtigsten Elemente in dieser gesamten Serie. Und deswegen taucht er ganz am Ende auf. Ja, weil es grundsätzlich erstmal, also es ging ja die ganze Serie, ging es ja darum, unter anderem zu zeigen, dass die Jedi einfach nicht so geil sind. Ja, das haben wir verstanden über die acht Episoden. Und in Episode 1 und 2, 2 und 3 eher, da hat man es ja auch noch, da hat man es ja auch gesehen. Ansonsten war das ja nie, war das ja nie wirklich so ein Riesenthema, auch politisch nicht. Aber ich mag das immer, dass man abseits von Luke und von Obi-Wan, wobei Luke hatte ja auch seine Schwäche dann in Episode 8, aber bleiben wir mal bei Obi-Wan, das ist nicht jeder der krasseste. So, die sind alle total, die sind politisch verstrickt, die sind ideologisch bis hinten gegen, total vernaht in ihrer Art der Religion. Und zu sehen, dass dann ein Senator selber auch sagt, hier pass auf Leute, und jetzt wird mal hier ein bisschen näher hingeschaut, das mag ich schon ganz gerne. Vor allem, weil man auch gesehen hat, wie krass die Jedi agieren, weil sie meinen, das wäre alles cool, was die machen. Alleine, dass die Kinder mit 2, 3, 4, 5 Jahren ihren Familien wegnehmen, in Anführungsstrichen wegnehmen, ist halt schon richtiger Bullshit. Und das wird alles bis hin zu Sol und seinem krassen Versagen ganz gut dargestellt. Ich stehe da, glaube ich, ein bisschen zwischen euch. Also ich glaube, ich kann verstehen, dass man sagt, diese Figur wirkt jetzt ein bisschen lazy da hineingesetzt. Aber ich bin da schon bei Till. Das ist halt eine Figur, die nochmal deutlich macht, dieses, was sind die Jedis für eine Institution, wie gehen sie auch mit Kritik um. Weil das wird ja in der Serie de facto gemacht. Es gibt die Kritik und es wird halt alles verschleiert. Natürlich weiß man nicht, was jetzt am Ende, in der letzten Szene geht Vanessa Raya zu Yoda. Das ist ja die Frage, was erzählt sie? Aber offensichtlich nicht genug. Also ich finde schon, dass der Senator da, ist ja die Frage, hätte ich den so gebraucht, aber so wird nochmal krass verdeutlicht, wie geht dieser vermeintlich idealistische, tolle Orden halt mit Kritik um? Ja, könnte ich durchaus euch sogar beipflichten. Das Problem ist nur, wenn der so unglaublich wichtig ist und dieser Konflikt so unglaublich interessant ist, warum führt man den in der letzten Folge ein? Und letzten Endes läuft er doch irgendwie auch nicht wirklich auf was raus. Und das mit Yoda am Ende, das ist halt einfach stumpfer Fanservice gewesen. Also genauso auch mit Darth Plagueis. Also stumpfer Fanservice wäre es gewesen, wenn sie ihn vorher schon eingeführt hätten. Also wenn man den Rat der Jedi gesehen hätte und da hätte man wahrscheinlich bekannte Gesichter gesehen. Da wäre dann alles, oh, die haben das nur den Fanservice genutzt, um die Serie zu füllen. Naja, aber der Rat der Jedi hat ja mehr mit der Handlung zu tun, als dieser Senator, der wirklich out of the blue fast auftaucht. Also ich glaube auch, sein Name, den habe ich nicht mehr wirklich mitbekommen, ist auch scheißegal. Der wurde auch vorher nie erwähnt. Da wurde nur mal... Doch, doch, Dom, da hast du nicht aufgepasst. Natürlich wird der erwähnt, weil es gibt das Gespräch zwischen Venestra und ihrem Schüler und da geht es genau um diesen Senator. Aha, okay. Und warum ist der jetzt so wichtig? Nö, es ist halt einer, der halt die Jedis als Institution kritisiert. Aber warum denn? Aus welchem Antrieb heraus? Naja, dass sie einfach, dass die Art, wie sie, also es ist die Weltanschauung von denen. Darum, einmal geht es darum und dann, dass es halt darum geht, die Angst davor, dass sie zu viel Kontrolle haben, zu viel Kontrolle wollen und die Macht kontrollieren, was sie ja nicht tun. Die bla, 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 das hat sie ja am Ende erklärt. Und dass es da vielleicht auch mit der Ehrlichkeit und der Offenheit nicht so ist, wie sie immer zeigen, was uns die Serie auch zeigt. Da frage ich mich nur, warum hat die Serie uns das nicht schon viel eher gezeigt? Die Serie zeigt uns das nicht ganz von Folge 1 an, weil da baut es sich erstmal ein bisschen auf. Aber spätestens ab Folge 3 zeigt uns die Serie immer, immer, immer mehr, wie anfällig die Jedi sind, wie schlecht deren Konzept im Endeffekt ist, mit bla, keine Furcht, keine Angst, keine Emotionen zeigen. Man muss weg von der Familie, weil Gefühle hindern einen an allem. Und das zeigt von Folge 3 bis jetzt zur letzten Folge wird das bis auf die Spitze getrieben, bis hin zu Solstod aus genau diesem Grund. Oh Gott, Solstod. Also das zeigt die Serie uns per excellence, was mit den Jedi und deren Anschauungen nicht stimmt. Fand ich sehr, sehr gut. Also mir persönlich hat das, wie gesagt, also wenn da ein random Senator einmal in einem Nebensatz erwähnt wird und am Ende gezeigt, das gibt mir nix. Aber das ist jetzt auch nur echt so ein Nebeneffekt, wo wir vielleicht generell mal drauf kommen könnten, weil du hattest gerade das Wort Konzept in den Mund genommen. Das ist auch meines Erachtens etwas, woran die Acolyte krankt. Johannes, wir hatten ja in unserem Ersteindruck gesagt, dass wir das Gefühl hatten und das wurde ja auch schon so angeteasert, dass das so ein bisschen so eine Art Mystery-Krimi sein könnte im Star-Wars-Universum. Also du hattest ja glaube ich auch irgendwie oder hattest du zumindest gehört so Vergleiche zu CSI oder sowas. Mhm. Wie würdest du das denn jetzt nach den acht Episoden beurteilen oder was ist The Acolyte eigentlich wirklich? Ja, am ehesten vielleicht so ein bisschen eine Mystery-Serie. Das ist ja eine Rache-Story, die hier erzählt wird. Und ja, ich würde sagen, das ist es grob. Ich finde das schwierig in so ein Genre einzufassen. Also es ist halt Space Fantasy, wie Star Wars eigentlich immer ist. Ja, das ist klar. Aber ansonsten, ja, aber ich bin gerade am überlegen, wie würde man das sonst nehmen? Weil es ist keine Action-Serie, dafür ist es zu wenig. Wird es auch irgendwie nicht als Thriller-Serie. Nein, nein. Das meine ich ganz wertneutral mit der Action. Da werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Das ist auch keine Thriller-Serie, es ist halt irgendwie so ein Mix. Oder, Till? Ja, es ist schon, also ich finde Mystery auf jeden Fall zutreffend, ja. Also gerade, und hier haben wir ja auch die Fantasy-Seite von Star Wars ist hier immer wieder, kommt mehr zum Tragen als in anderen Serien, beziehungsweise in anderen Serien und Filmen. Das ist ja immer unabhängig, also egal, wie man jetzt Andor findet oder ist Andor einfach kein Fantasy. So, ne? Obwohl es Star Wars ist. Aber hier ist es schon mal, ist es schon mal mehr wieder mit Fantasy rein. Ich würde es nicht Dark-Fantasy nennen, aber ganz klar Mystery auf jeden Fall. Mystery würde ich am ehesten auch noch sagen, aber das ist für mich auch so stellvertretend einig, weil es diese Serie nicht so wirklich, was sie sein will. Weil sie fängt an mit so einem Krimi-Plot, der aber irgendwie keiner ist, weil ganz ehrlich, du weißt von Anfang an, wer es war. Also ist es schon mal kein Whodunit. Dann im weiteren Verlaufe wird das auch nicht mehr so wirklich verfolgt, weil mit Folge 3 und dem L-Lang-Flashback von dem, was wir eigentlich schon vorher erzählt bekommen haben, geht es dann in eine andere Richtung und Mystery funktioniert für mich aber halt auch nicht. Also das ist, diese Serie, die will im Grunde alles Mögliche sein, schafft es aber irgendwie nie, irgendwas mal konsequent zu verfolgen und dadurch ist sie am Ende sehr viel und gleichzeitig gefühlt nichts so wirklich, habe ich den Eindruck. Ja, wobei es geht ja nicht darum, wer ist denn der Jedi-Killer, sondern es geht im Endeffekt, am Anfang weiß man halt nicht genau, okay, wo führt es hin und dann ja, okay, da ist anscheinend noch jemand, noch jemand Zweites und das Mystery-Ding und das Mysterium um das Ganze ist einmal, wie genau funktioniert dieser Hexenzirkel, wie gefährlich sind die wirklich und dann halt auch ganz klar, was die Jedi verschweigen und welches Mysterium sich um das dreht, was dort in der Burg passiert ist, weil die Folge 3, der Flashback, das war ja einfach direkt eine ganze komplette Folge in einer anderen Zeitlinie für 12, 15 Jahre vorher. Und dann nochmal in Folge 7 das Gleiche, ja. Genau. Und dann nochmal so, wie es wirklich war und für mich ist es jetzt nicht so, dass man in Folge 3 denkt, oh, okay, krass, und dann kommt der Twist in Folge 7, haha, es war doch nicht so, sondern es ist ganz klar, vom Aufbau und von der Inszenation, von der Inszenierung ist es ganz klar, dass Folge 3 nur die Sicht eines Protagonisten ist. Also die wollen da kein Geheimnis draus machen. Das habe ich auch oft immer mal gelesen, Folge 3, da kommt ja dann noch eine Rückblendenfolge und als die Rückblendenfolge dann kam, hieß es ja, uh, das ist aber auch ein schlechter Twist, das ist alles kein Twist. Man weiß ja genau, dass es nicht so gewesen sein kann. Also viele bauen da einen Twist ein oder sehen da einen und reden den dann schlecht, obwohl es keiner war. Also das ist einfach nur die Art der Inszenierung, wir zeigen einmal, wie wurde es Osha erzählt und wir zeigen einmal, wie es wirklich war und wie es wirklich war, fand ich schon, die war noch mal stärker als Folge 3 für mich tatsächlich. Und eine Crime Story, eine Kriminalgeschichte muss ja nicht immer ein Haudanit sein. Also denkt man an Serien wie Columbo, da wissen wir häufig auch, oder die neueste Serie Pokerface von Rian Johnson, da ist es ja ähnlich und ich finde eigentlich, jetzt wo wir darüber reden, finde ich das als Crime eigentlich passend, weil am Anfang erleben wir die Ermittlungen, danach erleben wir so ein bisschen die Hintergründe von der Täterin oder vermeintlichen Täterin und später, und dann gerät das halt alles außer Kontrolle, weil die Ermitteln denn je, die offensichtlich unfähig sind, jetzt kann man sagen, entweder das ist im negativen Sinne, weil die Serie das schlecht geschrieben hat oder auch tatsächlich, weil die Jedis überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann erleben wir am Ende halt so ein bisschen, man könnte jetzt einen ganz hochgestochenen Vergleich wählen, diesen Rashomon-Effekt, wir erleben die gleiche Story aus einer anderen Perspektive und dadurch bekommt das nochmal eine andere Bedeutung und auch da sind wir wieder natürlich, Till hat es auch schon angesprochen, der Fall von Sol, also auch da nochmal an dieser Figur das Scheitern der Jedi. Ja gut, aber das ist, ich weiß nicht, also ich hatte die Ahnung, dieser Krimi-Plot, also ich habe ja die ersten vier Folgen habe ich mir ja nochmal angesehen, weil du ja auch meintest, zusammenhängend funktionieren die besser, fand ich überhaupt nicht und vor allem ist mir mal aufgefallen, wie blöder eigentlich auch diese Ermittlungsarbeit ist, weil Kimir gibt sich ja als dieser Apotheker aus und da habe ich mir dann eigentlich mal überlegt, ja er muss ja eigentlich den vorherigen Apotheker aus dem Weg geräumt haben und es wird ja auch gesagt, oh, das ist nicht dieser Apotheker, aber es wird uns weder gezeigt, wo der Typ ist, der könnte irgendwie tot im Schrank liegen oder sonst was und die Jedi machen auch keinerlei Anzeichen, mal irgendwie darüber nachzudenken, hm, wo ist denn der jetzt eigentlich abgeblieben? Ja, aber das steht doch keine Rolle, es geht doch darum, dass Jedi umgebracht werden, da interessiert doch kein Apotheker. Ja, aber das sind Gesetzeshüter, das sind Gesetzeshüter, also das ist so schlecht, tut mir leid, das ist einfach schlecht. Aber es ist nicht die Polizei. Doch, sie sind praktisch die Polizei. Ja, aber das ist doch auch ein Problem, das ist eine religiöse Institution, die sich sozusagen selber als Polizei aufspielt, auch da finde ich, das kritisiert die Serie, auch natürlich wieder sehr offensichtlich mit dem Monolog da von dem Senator. Aber ich meine, ich finde, das ist auch richtig schon, dass die Serie halt aufzeigt, die handeln nicht korrekt und sind da ja mindestens suboptimal. Ich meine, auch das hat George Lucas in den Prequels erzählt, dass die Jedis Mitschuld sind am Niedergang der Republik. Das ist schon klar, aber sie könnten ja zumindest, also ich weiß nicht, ich sehe das hier, dass man halt einen Zivilisten da einfach hinten runterfallen lässt, obwohl es eigentlich die Pflicht wäre, von denen das aufzuklären. Ne, wir wissen ja nicht, also nur weil uns das nicht gezeigt wird, heißt das nicht, dass die Jedis in dem Tempel das nicht machen. Wir wissen nur, das soll und Po das nicht machen. Der Tempel, das ist auch, da habe ich diese Szene, das ist so doof, wie May da erst reingeht, dann irgendwie erst total sneaky und dann an jemanden einfach so vorbei, auch noch total vermummt und es, also wirklich, ey, das ist so, das ist so dumm einfach, wirklich, du fragst dich teilweise wirklich, ob das ernst gemeint ist und ich weiß auch nicht, ob man sich das dann jetzt irgendwie schön reden kann mit, ja, das ist halt irgendwie Kritik an den Jedi, weil es wird, es wird nicht irgendwie kritisch hinterfragt, sondern es wird einfach nur so, es passiert einfach nur so, also man hätte ja zum Beispiel, jetzt hier im Hinblick auf mein Apotheker-Beispiel, hätte man ja zeigen können, wie sie aus dieser, aus dieser Apotheke, aus diesem Tatort rausgehen, dann wäre die Kamera irgendwie so runtergefahren und hätte irgendwie auf dem Boden oder was auch immer die Leiche von dem Typen gezeigt und so aufgezeigt, oh, den Jedi ist so scheißegal, aber gar nichts, es wird einfach komplett vergessen und deshalb wirken die wirklich auch als Ermittler wie totale Hongs und zwar wirklich durch die Bank, also das, und weiß nicht, ob das das Ziel ist wirklich, dass alle Figuren sich wahnsinnig dumm verhalten und auch sowas von, also May, da werde ich bis heute nicht drauf schlau, erst will sie ihre Schwester umbringen, dann will sie sich, weil sie jetzt weiß, dass sie ihre Schwester wieder erlebt, das ändert von jetzt auf gleich alles für sie, sie will aber trotzdem noch den Jedi töten und sich dann wiederum den Jedi ergeben und dann entscheidet sie sich doch wieder um, also echt, und dazu dann noch das wunderbare, eintönige Schauspiel von Amandler Stanberg, also ich will der Frau ja wirklich nichts Böses, die ist auch bestimmt keine wirklich schlechte Schauspielerin, aber zum einen bekommt die hier nicht viel an die Hand und zum anderen kann sie wirklich absolut gar nicht herüberbringen, dass das zwei unterschiedliche Personen sein sollen, also das sind exakt dieselben Gesichtsausdrucke, die hat keinerlei Nuancen in ihrem Spiel. Dom, es ist doch die gleiche Person, das ist doch der Gag. Ja, aber die waren 16 Jahre voneinander getrennt, du glaubst doch nicht, dass die sich exakt gleich entwickelt haben, das ist Blödsinn, allein, dass die noch dieselbe Frisur tragen, ist auch totaler Schwachsinn eigentlich. Das ist Star Wars, also Herrn Solo trägt gefühlt auch immer die gleiche Jacke. Richtig, du bist grundsätzlich, seit den langen Jahren, die ich dich kenne, grundsätzlich viel, viel, viel zu pingelig bei Star Wars, weil Episode 4 1977 war schon ein Film, den man komplett auseinandernehmen kann, komplett. Ja, okay. Da stimmt von vorne bis hinten, das ist ein Quatsch, wäre Episode 4 heutzutage rausgekommen, angenommen, wir werden mit 1 bis 3 aufgewachsen. Bin ich. Und Episode 4 wäre rausgekommen, der wäre zerrissen worden. Dann wäre Luke Skywalker, wäre die Rey, weil der kann schon alles. Nee, ist ja nicht so. Du bist ein bisschen zu... Ist ja nicht so, Luke, nein. Luke und Rey sind im Endeffekt die gleichen Personen von der Kräfte. Nee, bei Luke, der muss das ja alles erst lernen. Du bist ein bisschen zu pingelig. Ja, was heißt pingelig? Nur weil er auf Tatooine irgendwie mal eine Wumpratte abgeschossen hat, trifft er den Todesstern. Das ist... Er kann mit der Macht die Pupilus in das Loch schießen. Jetzt schweifen wir aber auch ganz ab. Ja. Ja, ja, absolut. Deswegen, man muss halt bei Star Wars immer noch dabei bleiben. Es ist einfach Star Wars, wie es schon 1977 war. Wir haben... Da ist nichts David Lynch-mäßiges dahinter. Nee, das sagt ja auch keiner. Da ist kein Tarantino, der die Drehbücher schreibt. Da ist kein Nolan, der sonst was... Nee, das sagt ja auch keiner. Aber der Unterschied einfach zu Episode 4 zum Beispiel ist, da bin ich halt emotional involviert. Hier werde ich mit lauter Figuren zugeschmissen, die mich A nicht interessieren und deren Tod mich auch komplett kalt lässt. Und du merkst auch, das ist mir jetzt auch im Nachgang noch mal aufgefallen, das hat auch jemand gemeint, eigentlich ist diese ganze Serie voller Plot-Devices. Das sind alles keine wirklichen Figuren. Das merkst du daran, sobald die ihr Soll und ihren Zweck erfüllt haben, werden die eiskalt weggekillt. Ob es die Jedi sind oder diese komischen Hexen, die einfach tot umfallen, sobald sie ihren Sinn und Zweck erfüllt haben. Das ist wirklich... Also das ist auch ein fragwürdiger Umgang mit Figuren, obwohl es ja nicht mehr wirklich Figuren sind, würde ich sagen. Naja, ich sehe das eher so, dass man zum Beispiel die Hexen, die alle dann vermeintlich tot umfallen oder die tot umfallen, da wird einfach gezeigt, wie unfassbar stark tatsächlich Trinity ist. Wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist auch das Einzige, was sie in der Serie zu tun hat, außer nach fünf Minuten zu sterben. Also ich kann das verstehen, dass man sagt, okay, wir haben Carrie and Moss und wir möchten sie mehr sehen, aber sorry, diese Figur, diese Rolle, erlebt dadurch so viel, also hat dadurch eine viel stärkere Wirkung, dass sie das ist. Wäre das irgendeine Schauspielerin, die wir nicht kennen, würde das nicht so krass wirken. Das ist natürlich nicht mehr dann eigentlich als ein Gastauftritt, aber ich fand das völlig in Ordnung. Ich meine, es gibt, und das gibt es überall, dass immer mal bekannte Stars auftreten und eigentlich nur kleine Auftritte haben und mehr ist es dann halt nicht. Also ich bin, ich freue mich, dass sie dabei ist. Es wäre schade gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Ja, aber, weißt du, ich hatte ja den Vergleich gezogen, auch im Ersteindruck zu Max von Sydow in Force Awakens zum Beispiel. Der Unterschied ist da aber, das wurde da nicht so offensiv beworben. Also guck dir mal die ganzen Poster an. Überall Carrie and Moss drauf und sie spielt mit und was weiß ich. Das ist dahingehend wirklich fast schon einfach Verarsche gewesen. Das ist, genau, du darfst schlechtes Marketing nicht mit der Serie vergleichen. Also das sind ja zwei verschiedene Abteilungen. so, da müssen wir, na klar kann man sagen, das ist schlechtes Marketing und das gibt es ja, das gibt es ja immer wieder. Menschen, die riesig auf dem Cover sind und die dann aber nur ein Cameo haben oder so. Bruce Willis seit 15 Jahren. Bruce Willis, ja richtig. Ja gut, aber ich weiß nicht, vor allem ist es ja, also es wäre ja okay, wenn ihre Rolle jetzt nicht, wer weiß wie groß, ausfallen würde, aber die hat halt auch nichts zu tun, großartig. Das ist, und da sind wir halt wieder, es sind keine, es sind keine Charaktere in dieser Serie. Naja, aber Carrie Ann Moss hat genau das zu tun. Einmal, gut, einmal zeigt sie ihr Gesicht ganz am Anfang in der ersten Folge, dass man schon mal sieht, okay, da ist die Carrie Ann Moss, die wir euch versprochen haben. Da hat die Marketingabteilung das vielleicht dann ganz gut hingebogen, aber, also Indara, Meisterin Indara hat einmal dafür gesorgt, okay, wir halten jetzt an dieser Lüge fest und Punkt, also sie ist im Endeffekt mit dafür verantwortlich, wie das Fortschreiten der Charaktere ist, weil nun mal einfach gelogen wird und dann kommt noch dazu, dass man einfach gesehen hat, dass der, der Padawan, der Torben, so der hatte keine Chance gegen die Hexe, natürlich nicht, aber dann kommt, dann kommt Carrie Ann Moss, dann kommt Carrie Ann Moss ins Spiel und befreit einen einzigen Menschen aus den Fängen von diesen ganzen krassen Hexen und das ist einfach, das reicht und ich weiß, okay, meine Trinity von damals, die ich jetzt sehen wollte, weil ich die Schauspielerin dadurch lieben gelernt habe, hat den, einer der fucking epischen Momente in dieser Serie durch diesen einen Ich-Kille-Jetzt-die-Hexen-Move. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Ich liebe sowas zu sehen und zu dem Hexenzirkel kommen wir bestimmt auch gleich noch, was die Macht alles noch kann und jede, jede Episode auch bei den Filmen zeigt mir einfach immer mehr und auch vor allem in den Serien dann später, was alles noch möglich ist. Also ich liebe das einfach zu sehen, sei es Episode 9, wo das, wo die Gegenstände zwischen Ben Solo und Ray hin und her geteleportiert werden, das hat mich auch komplett umgehauen oder halt jetzt hier sowas und das ist einfach, das ist einfach total geil. Unabhängig, wie die Filme jetzt sind, ob man Episode 9 wird, ich mag den, aber wird aus gutem Grund zerrissen, das kann ich völlig nachvollziehen, aber zu sehen, wie geil die Macht eingenutzt werden kann und wie nah wir manchmal an dieses Gefühl kommen, okay, das ist, das ist ja fast so, wie in einem Videospiel, wo man die Macht wirklich selber benutzen kann, weil sie, und man ist viel, 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 viel zu mächtig eigentlich und das liebe ich einfach, ich liebe das zu sehen, was noch alles kommen kann und passieren kann. Und immer gerade so, wie es der Plot gerade braucht. Dom, ich kann, Dom, ich kann nachvollziehen, dass du sagst, die Charaktere sind flach, aber was man ja auch sagen muss, abgesehen von Endor, der, eine Serie, die ja wirklich differenzierte Charaktere und Figuren hat, Star Wars hat das sonst generell nicht. Also, wenn wir uns ganz viele Figuren angucken, die haben zwei Attribute und das war's. Das kann man, das funktioniert mal besser und funktioniert bei anderen mal schlechter, aber Star Wars war jetzt auch von den Charakteren her nie irgendwas krass Ausdifferenziertes. Also, wenn wir uns in Episode 1 Qui-Gon Jinn andenken, die Figur funktioniert, würde ich sagen, vor allem, weil Liam Neeson sie spielt. Und das gilt für viele andere Figuren, die funktionieren wegen der Ausstrahlung der Schauspielenden, weil die irgendwie, weil die irgendwie ein Charisma haben. Also, Mace Windu ist eigentlich ultra lame aber Samuel L. Jackson ist halt der krasseste und dadurch wird Mace Windu eine super coole, also in meinen Augen super coole Figur und das gilt für ganz viele Figuren. Ich kann verstehen, dass du daran, also, dass man daran sich irgendwie reiben kann, sagen muss, vielleicht muss man auch mit der Zeit gehen und da ist auf jeden Fall mehr möglich. Da bin ich ganz bei dir. Also, auch vom Potenzial her schöpft Ecolight ganz, ganz viel nicht aus, aber dieses, auch die Dialoge, ich finde die auch nicht optimal, aber die passen, finde ich, die passen zu den Prequels. Die Prequel-Dialoge sind zum Teil auch huiuiuiuiui. Ja, die kommen aus der Hölle, muss man sich nichts vormachen. Ja, aber muss man, muss man wirklich, muss, muss, muss das wirklich die Messlatte sein? Nein, es muss nicht die, es muss nicht die Messlatte sein. Ja, aber, äh, sorry, nur weil George Lucas schon vor 20 Jahren keine gescheiten Dialoge schreiben konnte oder sogar noch eher, äh, muss das jetzt in Ecolight nicht auch so sein beziehungsweise dadurch kann man einfach auch nicht die schlechte Schreiber entschuldigen, wie ich finde. weil wenn man sich das mal ansieht, du hast bei Ecolight einen Writers Room um Leslie Hedlund herum aus bestimmt zehn Leuten, also jede Folge hat mindestens zwei Autoren, teilweise sogar drei und du fragst dich wirklich, warum, weil die Schreibe ist wirklich immer auf dem gleichen Niveau und das sind teilweise echt Dialoge, das mag jetzt zwar echt fies klingen, aber ich hab teilweise wirklich überlegt, ob die eine KI geschrieben hat, ganz ehrlich, das hat alles keine Persönlichkeit, das ist nur Exposition wirklich zu 90 Prozent, die werden Sachen nicht tausendmal erklärt und dann hast du eben noch diese breitärschigen Rückblendenfolgen, wo das nochmal und nochmal erklärt wird und du denkst dir, wofür brauchen wir das jetzt eigentlich und du merkst auch diese Flashback-Folgen, die haben auch auf die Haupthandlung an für sich auch null Impact, also ... sie sind essentiell, also ohne die Flashback-Folgen wird die Serie nicht funktionieren. Ja, aber eine hätte doch gereicht. Nee. Eine hätte doch gereicht oder man hätte die Flashbacks über die Serie irgendwie so Stück für Stück verteilen können, dass das so nach und nach aufgedeckt wird, aber doch nicht zwei Episoden, in denen unterm Strich, vor allem die beide auch noch jeweils eine Dreiviertelstunde gehen, überlegt mal, das ist zusammen, allein das zusammengerechnet ist Spielfilmlänge und der Mehrwert ist sowas von gering, wirklich. Also ich hätte gern noch mehr gesehen, bin ich ehrlich. Also ich hätte gern noch mehr ... Nochmal. Noch mehr gesehen, was vor den ... Nochmal das Gleiche. Nee, nochmal das Gleiche nicht, sondern ich hätte einfach noch mehr gerne aus der Vergangenheitszeitlinie gesehen. Ja, von dem Hexenzirkel gesehen. So, das wäre ... Da hätte ich gern noch mehr von gesehen und ... Ja, es hat halt alles keine Tiefe. Es hat alles keine Tiefe. Aber das ist doch auch ... Star Wars funktioniert doch über Motive. Also, ne, natürlich kann man ... Also ich fand zum Beispiel dieses Ritual der Hexen, kann man lächerlich finden. Ich fand's richtig cool. Absolut. Weil das ist etwas Neues, was uns gezeigt wurde. Und auch diese Motive, also, ne, keine Ahnung, vergleichen wir vielleicht Ecolight mal mit der Clone Wars Serie. Auch da sehen wir irgendwie mal mehrere Arcs, wo es auch ganz viel nur über visuelle Motive geht. Da geht's auch nicht in die Tiefe. Natürlich hätte da auch mehr sein können, ist halt immer die Frage, was erwartet man von Star Wars? Ich bin da auch ... Ich finde auch nicht, dass Ecolight ein Meisterwerk ist. Nein, auf keinen Fall. Das funktioniert doch. Star Wars funktioniert doch immer schon über solche visuellen Punkte. Also, woran für mich diese Ritualszene einfach komplett scheitert, das ist so ... Also, zum einen finde ich es halt unfreiwillig komisch und nicht nur von der Umsetzung her, sondern auch, dass es einfach total gewollt wirkt. Also, du merkst, die Macher denken sich, oh, das soll jetzt total mystisch, total bedeutungsspanger. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, aber es ist einfach albern. Es wirkt durchweg albern an der Stelle. Ich nehme da nichts von an. Diese Kräfte kaufe ich denen nicht ab, wie sie einfach nur ... Das wirkt teilweise, als hätten sie die visuellen Effekte vergessen. Wirklich so schlecht an der Stelle. Also, wie gesagt, die Serie ist anscheinend nicht für dich gemacht, weil, das habe ich ja in unserem Discord auch schon gemerkt, weil du dich an jeder Kleinigkeit, ein bisschen zu sehr aufreibst. Und wenn ich jetzt mir dieses Ritual angucke, das wäre wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel uns Grogu angucken, wie er bei Mandalorian wirklich die Macht um sich rum hat und die schießt in den Himmel, sieht natürlich geil aus. Finde ich genauso schwach. Jaja, genau. Ist ja etwas ... Aber genau, das finde ich nicht schwach. Also, den jeden Tempel da ... Aber wieso findest du da nicht gut, wenn es minimalistisch gehalten ist? Die kriegen ihr Mahl, die gucken da in diesen tiefen Abgrund runter. Was auch immer das sein soll, wird alles nicht erklärt. Ja, aber wieso soll uns das ... Aber dann wird ... Also, Dom, da würdest du doch jetzt sagen, stell mal vor, eine Hexe wird sich neben das Loch stellen und sagen, das ist das Loch des Schicksals, darin wird unsere Macht. Dann wäre es wieder ein schlechter Expositionsdialog. Ja, ja, aber auf der anderen Seite muss Leslie Hetland dann ja sowas ... Also, sie meint ja dann da, irgendwie eine Bringschuld zu haben, dass sie das in Interviews dann irgendwie nachreichen muss. Und dann scheint es ja doch wichtig zu sein. Also, warum erklärt es mir die Serie nicht aus sich heraus? Und das kann sie auch gerne visuell tun, aber sie tut es halt gar nicht. Das war Star Wars. Und das war Star Wars auch schon immer. Ich habe hier rechts neben mir, neben meinen ganzen Comics, Star Wars und gemischt, das ist ja egal, habe ich ... Oh Gott, wie viel Lexika über Star Wars habe ich da? Keine Ahnung. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass die Serie das nicht erklärt. Und dass die da eine Menge Fragen offen lässt. Das ist ja auch scheißegal. Was ich alles erfahren habe, was ich alles weiß über Star Wars, das Geringste von dem, was ich weiß, ist aus den Filmen. Nur die Filme runtergebrochen, oder Filme und Serien. Da wäre ich lange nicht so am Rumnerden über Star Wars, hätte ich nicht mein ganzes Hintergrundwissen, was Star Wars ja noch verstärkt. Es wird zu Acolyte, lass zu Acolyte so ein Buch rauskommen, von hier D und K, von dieser Marke, die immer ganz viele Bücher darüber rausbringt. Diese Visual Dictionaries sind so großartig. Absolut. Und das ist ja das, was Star Wars ausmacht. Du hast A, du hast die Mystik, du hast die Macht, du hast die Jedi und die ganze Korruption, die da darum besteht. Dann hast du einmal das Merchandise, was wir bei unserem kleinen Schnüffelboy in dieser Serie haben. Genauso wie bei den Evox damals in Episode 6. Der Schnüffelboy, dessen Geschlecht wir ja noch irgendwie verifizieren müssen. Ja, das ist ja auch scheißegal. Oh, das wird mir so reingepresst, ey, wirklich. Ja, aber guck mal, jetzt, du regst dich einerseits, regst du dich darüber auf, dass die Leute Review-Bombing betreiben, weil es um LGBTQ geht vorher oder weil die Schauspieler vielleicht sogar in die Richtung sind und jetzt bauen die das ganz normal ein. Es war nur ein Satz, ich weiß nicht, ich hab's ja auf Deutsch geguckt, aber. Also ich hab auch Leute mitbekommen, die haben den einfach überhört, den Satz. Ja, ich auch. Mir ist das auch gar nicht aufgefallen. Ja, in The Acolyte war's auch schlimmer. Äh, nee, nicht hier in Tales of the Empire war's ja noch bescheuerter, wo anscheinend die Inquisitorin plötzlich auf Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten gepolt sind. Also ich mein, was soll mir das sagen? Wokeness ist Teil der dunklen Seite? Nö, ach Quatsch, das sind ja jetzt wieder diese kleinen Randserien, aber du hast ja grad gesagt, dass du die Tiefe, dass es dir einerseits, geht es dir zu wenig in die Tiefe? Ja, es hat eigentlich null Tiefe. Andererseits wird dir aber auch zu viel erklärt. Ja, es werden mir Sachen halt zigmal erklärt, die ich schon beim ersten Mal verstanden hab. Ja, du bewegst dich einmal zwischen, das ist mir zu wenig und es ist zu übertrieben. Es ist zu wenig, es ist zu übertrieben. Du nimmst dir, du nimmst dir als, dass du die Serie nicht gut findest, ist ja, ich find die toll und das ist, tut mir leid für dich, aber du nimmst dir, du nimmst dir immer den Punkt raus, der gerade, wo es gerade Potenzial für dich gibt zum Meckern. Einerseits passt dir A nicht, du hättest gerne B, dann kriegst du in einer anderen Folge B, aber dann möchtest du gerne A haben. Nee, nicht unbedingt. So wird's schwierig. Nein, nicht unbedingt. Und ich dachte eigentlich, dass ich hier, dass ich hier alleine hier bin und muss meine Serie irgendwie verteidigen. Nö, aber ich muss das, ich muss das, schön, dass es nicht so ist. Ich muss das auch nochmal klarstellen, ich habe jetzt hier einen Hinblick auf, weiß ich nicht, hier Neopronom oder was sollen sie gerne machen, aber doch nicht so. Da kritisiere ich nicht, dass es da drin ist, sondern die Umsetzung davon kritisiere ich. Und das ist generell auch das Problem bei solchen Geschichten in Hollywood, dass es meistens an der Umsetzung hapert und nicht unbedingt an der reinen Idee an sich. Das ist auf jeden Fall richtig. Das Grundsätzlich, das Problem ist grundsätzlich da, ja, aber gerade bei Ecolight, ähm, es hat, es musste mir erst das Internet erklären, ähm, wer hier Bi ist und wer hier Hetero ist und dass dieser Schnüffelboy vielleicht sogar, ähm, sonst welche Geschlechter hat. Weil das ja auch total wichtig ist. Ja, genau, genau, und deswegen ist nur ein einziger Satz gefallen mit, ja, er oder sie oder they, so, ist mir nicht aufgefallen. Deswegen, und genau so hat die Serie das im Gegensatz zu den restlichen Hollywood-Sachen oft deutlich besser geschafft. Und man muss ja, also, wenn wir jetzt in Universe argumentieren, das ist ja durchaus ein valideter Punkt, weil wir sehen ein humanoides Nagetier, ich hab keine Ahnung, welches Geschlecht dieses Nagetier eventuell hat. Man muss ja auch sagen, wir sind in einem Kosmos, wo es unterschiedlichste Eltchens und Spezies gibt, von denen wahrscheinlich nicht alle einfach nur männlich oder weiblich sind. Aber ich kann verstehen, dass man sich an der Umsetzung hapert. Was ich zum Beispiel tatsächlich sehr gelungen fand, die Szenen von den beiden Müttern, von Coral und Anicea, wie die miteinander umgegangen sind, fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Auch da wurde sich ja von der falschen Seite sehr dran gerieben. Also da kommen wir anscheinend nicht aufeinander, aber wir müssen gleich mal wieder zur Serie zurückkommen, richtig? Aber es gibt die Ituriana. Das ist eine Alien-Rasse in Star Wars. Die haben diese, weiß nicht, die sehen so aus wie vom Gesicht her, wie so halbe Nacktschnecken. Sind auch bei Mando zum Beispiel oder Boba Fett, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aufgetreten. Ja, denn Schnecken sind, Schnecken können sich ihr Geschlecht verändern. Vielleicht können die das auch. Ist aber scheißegal. Weißt du, also das kann man immer so weitertragen und immer weiter tragen. Ich fand es hier einfach komplett fehplatziert. Ich weiß nicht, was das sollte. Und wie gesagt, in Tales of the Empire fand ich es noch bescheuerter, ganz ehrlich. Also die Inquisitorin als tolerant gegenüber Minderheiten zu zeigen. Ausgerechnet die. Aber über Tales of the Empire reden wir nicht. Nee, nee, das nicht. Nee, aber es fällt halt auf, dass das jetzt so langsam zunimmt und dass das immer an blöden Stellen ist. Aber kommen wir vielleicht mal generell zu den Figuren. Ja, ich bin ganz ehrlich, da ist bei mir nicht viel hängen geblieben, außer, dass irgendwie keiner dieser Jedi-Charaktere mal irgendwie halbwegs kompetent ist. Und irgendwann, also das fand ich so lustig an der fünften Folge, anscheinend hat die Serie immer da selber ein Einsehen und merkt, oh, unsere Charaktere sind alle arschlangweilig. Die haben jetzt eh nichts mehr zu tun, also werden sie alle weggekillt. Da auch halt wieder so viel Talent einfach vergeudet. Also jetzt nicht mal irgendwie Carrie and Moss, sondern zum Beispiel Daphne Keane. Mein Gott, die hat die ganze Serie gefühlt nichts zu tun. Dann hat sie diese eine Kampfszene, die zwar schick choreografiert ist, aber das ist auch so das Ding, weil die Kampfszene werden ja so gelobt bei der Serie und die Macher haben sich ja, wer weiß wie, aus dem Fenster gelegt, oh, das ist das beste Lichtschwert Star Wars aller Zeiten. Aber ganz ehrlich, Kämpfe in Star Wars bestehen nicht nur irgendwie aus schicken Choreografien, das waren die Prequels, sondern auch aus den Emotionen dahinter. Aber da hier halt nichts zu holen ist, muss man das irgendwie anscheinend so kaschieren. Ich weiß es nicht. Also ich war bei Folge 5, ich war emotional komplett drin. Du hast jeden Charakter da kurz kennengelernt. Du weißt, dass hier der Charlie Barnett, der Jort, der Jort, ja, so ein bisschen hin und her gerissen ist. Eigentlich ist er ein eingebildeter Fatzke. Andererseits kämpft er aber auch für die Sache, an die er glaubt. Dann hast du die Jackie, die du erstmal kennenlernst als Padawan-Schülerin, die ganz, eher zart ist. Und das hat mir eigentlich, das reicht mir ja. Ich muss ja, ich muss ja nicht zu jedem, der da stirbt, eine emotionale Bindung aufnehmen. Aber wenn sie so zart ist, warum liefert sie dann den mit Abstand besten Lichtschwertkampf ab? Nee, vom Charakter her. Nicht von ihren Jedi-Skills. Aber ich hab sie, ich hab sie gut genug kennengelernt, dass gerade ihr Tod und dieser, sie wurde ja overkilled quasi. Sie hat nicht nur einen Stich bekommen, sondern zack, 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 drei Stück. Das hat, die ganze Folge soll ja zeigen, wie stark unser Antagonist ist im Endeffekt. Ja, deshalb werden die anderen Figuren ja auch weggeworfen förmlich. Ja, die überleben ja auch. Die wichtigen Figuren überleben und die mitreisenden Jedi, es gibt ja unfassbar viele Jedi, die, ja, fallen dann halt dem Rest zum Opfer. Steht ja, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, die Figuren bleiben relativ oberflächlich. Da wäre, glaube ich, möglich drin gewesen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass eine der Drehbuchautoren gesagt hat, sie hat nur ein maximales Zeitkontingent. Kann man natürlich sagen, hätte man anders füllen können. Aber ich finde, die funktionieren einigermaßen, ich finde, die funktionieren nicht so gut wie bei zum Beispiel bei Rogue One. Da haben wir auch in einer begrenzten Zeit ein großes Figurenensemble. Da, finde ich, funktionieren die Figuren besser. Aber ich finde das hier in Ordnung. Und man muss ja sagen, ich finde ehrlich gesagt, also Meistersor, das finde ich grandios. Das liegt natürlich auch an Li Jun Zheng, der das einfach, also der Schauspieler hier, finde ich sehr, sehr gut. Der ist der Einzige, der wirklich Schauspieler macht. Ganz ehrlich. Aber er erfüllt diese Rolle. Also ich habe ihm am Anfang voll abgekauft, dass er dieser weise Jedi ist. Also ich habe gedacht, der soll auch mein Mentor sein. Wenn ich Padawan wäre, dann möchte ich auch, dass Meistersor mein Meister ist. Und am Ende habe ich gedacht, nee, bloß nicht. Weil der ja völlig, völlig verblendet und auch am Ende auch noch sagt, das fand ich auch grandios, dass er, also er denkt ja am Ende wirklich, er hat das Richtige getan, wo du denkst, du hast alles falsch gemacht. Das ist überhaupt nicht. Das fand ich so gut gelöst. Und auch da lässt die Serie sich wirklich Zeit, wo er da im Raumschiff ist und wirklich schockiert und irgendwie weiß gar nicht mit den Emotionen umzugehen. Das fand ich richtig gut. Das fand ich richtig stark auch geschauspielert von ihm. Aber er ist notorisch blind anscheinend. Er sieht. Ja, natürlich. Der ist völlig, der ist völlig, also auch mit den Augen. Er hat seine Schiene. Auch mit den Augen. Also ich meine, der Latsch glaube ich mit May, lass es mal irgendwie einen guten Tag sein zum Schiff zurück. und sieht währenddessen nicht das wirklich riesige Mal auf ihrer Stirn, was man auch nicht übersehen kann. Ja. Und was auch nicht einfach nur aufgemalt ist, weil es ist ja, wird ja praktisch reingebrannt bei diesem Ritual. Also dass er das nicht gesehen haben will, das, boah, nee. Er wusste doch, dass das May ist. Sonst hätte er sie am Ende nicht betäubt. Äh, das wusste, nein. Bleibt im Wagen. Ich dachte, ich kann Dom da schon verstehen. Also ich finde es nicht so schlimm, wie die Szene in Obi-Wan Kenobi, wo sich Leia unter Obi-Wans Mantel versteckt. Das ist nochmal ein Next Level. Aber ja, das ist sehr, ja, ich finde, das finde ich auch tatsächlich faul erzählt, auch wenn ich es, ich finde es auch nicht so dramatisch. das ist, ich finde das, da habe ich mich auch nicht dran, dran aufgehangen. Aber, ähm, ich finde auch, um nochmal dann zu Sol zu kommen, das ist tatsächlich einer der interessantesten Charaktere seit, ich weiß es nicht, seit Kylo Ren vielleicht. Mir wüsst, wahrscheinlich, also mir fällt sonst kein anderer ein, weil der, ähm, ja gut, und Anakin, Anakin natürlich auch, weil er so krass zerrissen ist, ne. Aber Sol ist wirklich, ich habe genau das, ich habe das genau das gleiche gedacht, am Anfang dachte ich, Hammer, ich mag den Schauspieler und dann ist er auch noch so ein richtig krasser, weiser Jedi, der wahrscheinlich eine richtig geile Ausbildung hinlegt und dann sieht man Stück für Stück, wie er mit seinen Emotionen zu kämpfen hat, zu hadern hat und das komplett brückelt und man sieht, er hat gar nichts im Griff. Natürlich ist, ist Osha, kann Osha bei ihm nicht lernen, weil wenn der Meister die Emotionen nicht im Griff hat, wie soll das denn dann die Schülerin lernen? Und das hat sich bis zum Ende zugespitzt und er ist immer noch fanatisch, wie er ist, ist er immer noch dabei der Sache geblieben, gesagt, ich bin Jedi, ich trete für das Gute ein, das war gut, was ich gemacht habe, ich habe hier die Kinder beschützt. Und da hatte er nur den Jedi-Gedanken im Kopf gehabt und nicht, ja, was ist denn, wenn ich hier die Mutter absteche, was passiert denn dann mit Kindern? Emotional kann das ja nichts werden. Das ist auch so ein Punkt bei Masters Hall, diese Hingabe für die beiden Mädchen kommt von jetzt auf gleich und also am besten fand ich wirklich, glaube ich, die Szene, wo er May einfach so das Lichtschwert so in die Hand drückt, also man hätte ja zumindest mal zeigen können, wie er da irgendwie, weiß ich nicht, stell dir mal vor, zum Beispiel Till, bei dir kommt ein Wildfremder in die Wohnung und drückt deinen Kindern eine geladene Waffe in die Hand. Das hätte ungefähr denselben Effekt und weiß ich nicht, man hätte zumindest zeigen können, dass er da irgendwie eine Sperre vormacht oder so, aber mein Gott, die hätte da einmal draufklicken müssen und hätte sich die Birne durchbohrt. Genauso wie Obi-Wan Kenobi Luke in Episode 4 das Lichtschwert gibt und er hätte sich auch einfach den Kopf eingebauen können. Einer der legendärsten Momente in Star Wars, von den Memes mal ganz abgesehen. Der Unterschied ist, wenn jemand meiner Tochter eine geladene Waffe in die Hand gibt, ich habe keine Kontrolle mit der Macht über diese Waffe und kann sie daran hindern, an und aus zu gehen. Und das sind so diese Sachen, an denen man sich nicht aufhängen sollte bei Star Wars. Weil wenn ich in einer Welt bin, in der ein kleines grünes Wesen ein Raumschiff aus dem Sumpf ziehen kann, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ein ausgebildeter Jedi-Meister einem kleinen Kind eine Waffe in die Hand geben kann, ohne dass sie sich verletzt. Und das sind so Sachen, da denke ich gar nicht drüber nach, weil das ist nun mal Star Wars, so funktioniert das seit 1977. Und auch da kommuniziert die Serie das, wie kaputt die Jedi eigentlich sind, weil Jackie wird umgebracht von Quimier und dann wirft ihm Sol das vor und Quimier sagt, aber du hast sie doch hergebracht. Er, also die Jedi bilden Kriegerinnen und Krieger aus. Also ich finde, das kommuniziert die Serie auch, wie kaputt das eigentlich ist, Kinder der Familie zu entreißen, dann in diese religiöse Ordnung reinzubringen und die dann tatsächlich zu Soldaten quasi auszubilden. Naja, absolut, die werden in der Macht unterrichtet, aber eigentlich sind es und gerade in der in der Republik so sind das, werden die zu Kinder, sind das Kindersoldaten. Und die Meisterin Indara, also Carrie Ann Moss, die hat ja ganz am Anfang auch zu Sol gesagt und genau deswegen habe ich ein Padawan und du nicht. Und das ist ja schon wieder so ein, so etwas, was bei Sol drin ist mit sagen, okay, ich möchte vielleicht auch ein Padawan und dann sieht er die Chance, zwei Mädchen zu retten, schafft er nicht, Spoiler, und deswegen hält er so daran fest, also er, er hintergeht, er hinterfragt nicht, ist es jetzt gut auf, voll auf Hau raus, ähm, mit Hauruck mir einen Padawan zu suchen, aber das ist ihm egal, er möchte, ähm, auch gerne Jedi ausbilden und da blendet er auch alles aus. Das, also wie gesagt, es zieht sich, es zieht sich so durch. Ja, ich weiß nicht, also für mich wirkt das herbeigeschrieben mit, ach, ich spüre auf einmal die Verbindung zu den Mädchen, also auch wie er die da so beobachtet, das war schon ein bisschen befremdlich von seiner Seite irgendwie. Er wurde inszeniert wie so ein creepy Stalker. Ja, aber das hinterfragt die Serie ja auch nicht wirklich, beziehungsweise das stellt sie nicht wirklich als, äh, unbedingt was, was, was Schlechtes da, aber man hätte es ja irgendwie so zeigen können, dass der wirklich irgendwie in einem, in einem Wahn, den irgendwie zu helfen, total rücksichtslos agiert, aber das tut er ja nicht. Doch, absolut. Also rücksichtsloser als er agiert ja niemand, weil am Ende ist die Schüler, die seine vermeintliche oder seine ehemalige Schülerin, die die eigentlich fürs Gute kämpft hat, ist die, die ihn nachher tötet. Das sind seine permanenten Fehlentscheidungen. Die halt immer so kommen, wenn das Drehbuch sie braucht, ja. Nein, du bist, du bist, du bist zu kritisch. Du, du, du versuchst dir auch aus allem, ähm, das Schlechte raus, das Schlechte rauszuziehen. Ich, ich, ich frage mich eh, wie, wie, wie ersticht man, wie ersticht man eigentlich jemanden, der sich gerade den Rauch auflöst? Das würde ich auch gerne wissen. Hey, offensichtlich war sie noch nicht ganz demat, 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 demat oder dematerialisiert, was auch immer der Terminus dafür ist. Das hatte man aber gesehen. Die hatte sich nahezu komplett aufgelöst und erst als er zusticht, ist sie dann plötzlich wieder da. Wo sollte er denn da zustechen? Die war ja, die hatte sich ja bereits aufgelöst. Nein, nur weil man sie nicht sieht, heißt nicht, dass sie nicht da ist. das ist, das ist schon wieder, das ist schon wieder Star Wars. Da hatte ich mit einem Kumpel, mit einem Kumpel von mir geschrieben, der meinte auch, und wie findest du die Serie? Ich meinte, naja, das und das fand ich gut und das und das hat mir gut gefallen. Und dann hat er erst mal darüber geflucht, warum man sich denn plötzlich in Star Wars in Rauch auflösen kann. Dann habe ich ihm geschrieben, pass auf, du hast anscheinend die letzten 20 Jahre kein Star Wars gesehen, was alles so möglich ist und was vielleicht auch nicht möglich ist, weil allein die Schwestern der Nacht, die machen schon einen ziemlich weirden Scheiß. Unter anderem auch sich hin und her teleportieren und sich auflösen. Ja, es hat jetzt aber auch nicht jeder Clone Wars gesehen. Ja, ja, aber trotzdem, genau, und vielleicht hast du auch, vielleicht ist das für dich auch so befremdlich, weil du dich vielleicht nicht so intensiv mit Star Wars beschäftigst. Nicht ultra intensiv, dass man sagt, okay, man muss so krass abnöten. Aber wenn ein Licht schwert, was aus Licht, das ist ja pure Energie. Das ist ja keine Klinge aus Metall, was durch den Nebel, durch den Nebel sticht, sondern das ist pure Energie und die kann halt den Nebel verdampfen. Also nur als, um das bildlich dir ein bisschen zu erklären. Und da darf man, das darf man nicht zerdenken bei Star Wars. So, weißt du, was ich meine? Die waren noch nicht ganz aufgelöst. Man hat noch ihre schwarzen Schlieren gesehen und dann ist das, die pure Energie, das Licht halt durch sie durch. Und dadurch hat sie halt einfach die Konzentration und die Kontrolle verloren, weil sie halt dadurch noch was gespürt hat. Und das sind so Sachen, die würde ich, die muss man niemandem eigentlich erklären. Die ist halt Star Wars, das ist gegeben, das ist die Macht. Stell dir mal vor, es würde danach nochmal eine halbe Folge erklärt werden, warum das passiert ist. Dann wüsstest du es, aber würde es sich nerven, dass es wieder Exposition Dumping ist. Nö, man könnte es einfach, man könnte es einfach schlüssiger inszenieren. Es ist einfach schlecht inszeniert an der Stelle. Für mich war das zu 100 Prozent schlüssig. ich fand das, also ich hab, ich hab's mir nochmal angesehen, die ist nahezu komplett aufgelöst und taucht dann plötzlich wieder auf. Und ihre, hier die Mail löst sich dann ja auch auf. Vor allem, Leslie Hedlin findet ja nicht mehr wirklich eine Antwort darauf, was sie da eigentlich genau macht. Ja, aber muss das denn? Nö, überhaupt nicht, muss überhaupt nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich find's, also das, ja, aber dann ist das einfach nur willkürlich. Dann hat sie ja irgendwie keine Ahnung, was in ihrer eigenen Serie passiert, letzten Endes. Also, das ist dann, das spricht dann einfach wieder für dieses, ja, keine Ahnung. Vor allem ist es ja jetzt nicht irgendwie etwas, was irgendwie gezielt zur Interpretation einlädt. Es ist einfach nur so, weiß ich nicht, für mich ist es hingeschludert von der Inszenierung, ganz ehrlich. Nee, aber das ist ja genau das. Du denkst dir, das Ding ist ja, du denkst dir einfach geile Sachen aus, die die Macht kann, und setzt die um. Du musst, du musst da ja nicht, du musst da ja nicht groß erklären, du bist da ja nicht der Nolan, der das schwarze Loch mit Physikern zusammen entwickelt, sondern du bist einfach der Typ, der sagt, egal, ich will, dass die sich auflösen können. Und bis die sich nicht komplett aufgelöst haben, sind sie halt noch anfällig, Punkt. Das ist alles, was ich brauche. So, wenn ich sage, ich kann, ja gut, man kann sich teleportieren. Wenn ich mir eine Machtfähigkeit ausdenke, dann, dann will ich die nicht 100% logisch, mir erklären, sondern ich möchte, dass sie geil ist, dass sie beeindruckend ist und zeigt, wie mächtig der Zirkel mit der Macht oder ihrem Faden, wie sie es nennen, umgehen kann. Und auch da hat Star Wars ja immer schon neue Mächte einfach eingeführt. Ich meine, in Episode 1 sehen wir Qui-Gon und Obi-Wan mit Machtspeed einmal kurz vor den Druidi-Cuts abhauen. Oder auf einmal wird, also wenn wir nur die Filme angucken, Rey kann Macht heilen. Oder auch diese Verbindung zwischen Kylo und Rey, das sind ja alles neue Sachen. Und ehrlich gesagt, das möchte ich doch auch sehen. Ich möchte doch irgendwie immer auch eine Entwicklung von der Macht sehen. Auch zum Beispiel, ich finde es toll, dass dieses Lichtschwert Bluten, was ja schon in Romanen und ich glaube auch in einem der Jedi Fallen Order oder Survivor-Spiele vorkam, dass wir das jetzt hier in einer Live-Action-Serie sehen, fand ich cool. Also auch nochmal dieses, sozusagen in Echtzeit diese Korrumpierung der Machtkristalle durch die dunkle Seite, fand ich auch ein schönes visuelles Motiv. Das war visuell durchaus beeindruckend, gebe ich zu. Nur du darfst halt nicht drüber nachdenken, dass das im Hinblick auf die Prequels zum Beispiel überhaupt keinen Sinn macht, weil Anakin hat reihenweise Jedi und sogar Jünglinge dahin gemetzelt und bei ihm ist überhaupt nichts passiert. Das stimmt. Als Beispiel jetzt mal. Ja, da hast du recht. Und zwar, der Grund dafür ist ganz einfach, dass es dieses Machtkristall-Korrumpieren gibt es erst seitdem Disney das übernommen hat. Weil vorher hattest du, jede Lichtschwertfarbe spiegelt dich wieder. Also grün war halt ganz klar Qui-Gon, das war der Weiße, bla, 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 bla. Und dann haben die einfach irgendwann gesagt, okay, und ab jetzt machen wir das so. Deswegen hat Ahsoka ja auch zwei weiße Lichtschwerter, weil die zwei korrumpierte Kristalle, der die dunkle Seite entzogen hat. Und deswegen hat sie zwei weiße Lichtschwerter. Weil die haben keine Farbe mehr, weil die dunkle Seite ist raus. Aber ich weiß nicht, also das muss... Da kann die Serie nichts für. Die Serie zeigt uns nur endlich, wie das aussieht, wie das funktioniert. Der Moment, in dem das passiert, dass da von 1999 bis 2012 die Lore einfach gelöscht wurde und nochmal neu gestartet wurde, dafür kann die Serie nichts. Die Serie zeigt uns das, was Star Wars gegeben ist. Da hat die Serie überhaupt gar nichts mit zu tun. Auf der anderen Seite versucht sie dann ja zumindest, also ich meine, das ist ja der Serie auch vorgeworfen worden. Wobei, da würde ich jetzt auch nicht mitgehen, dass das ja die ganze Lore zerstört, dass Anakin nicht mehr der Einzige ist, der irgendwie anscheinend durch die Macht selbst empfangen wurde oder sowas. Also da würde ich jetzt auch nicht mitgehen. Das kann ich irgendwo durchwinken. Auch, dass diese Hexenzirkel da von ihrem komischen Faden was labert. Ja, meinetwegen ist deren Verständnis der Macht, keine Ahnung. Ich fand's visuell vor allem auch ziemlich lahm umgesetzt und uninspiriert, ehrlich gesagt schon. Aber dahingehend hab ich da jetzt nicht solche Probleme mit. Um jetzt aber auch mal was Positives zu sagen. Ja, die Kampfszenen, ja Gott, das ist halt irgendwie auch Schaulaufen so ein bisschen. Sie haben ja zumindest jetzt irgendwie mal mehr reale Sets. Also ich meine, ich frag mich auch schon die ganze Zeit, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum diese Serie so arschteuer gewesen sein soll. Ich meine, die soll zwischen 180 und 200 Millionen Dollar gekostet werden. Ja, aber Dom, lass uns doch kurz bei den Kampfszenen bleiben und dann können wir danach zu den Sets kommen. Ja, über die Kampfszenen haben wir schon geredet. Die sind halt, weiß ich nicht, emotional geht mir das komplett am Arsch vorbei. Also ich muss sagen, ich fand diese Kampfszenen großartig. Ich kann verstehen, dass man sagen kann, emotional ist halt die Frage, wie sehr man in die Story involviert ist. Da bin ich aber auch, glaube ich, ein bisschen stumpf, weil ich bin ein unglaublicher Fan von John Wick und ähnlichen Actionfilmen. Wenn die Kampfchoreo geil ist, dann bin ich involviert. Und das hat für mich hier unglaublich gut funktioniert. Ich mochte die Kampfszenen ohne Lichtschwerter. Damit steigt die Serie ja schon ein. Ich finde, die Serie hätte da noch ein bisschen mehr machen können. Ich hätte auch gerne einfach in jeder Folge eine geile Kampfszene bekommen. Aber gerade, ne, Till hat Episode 5 schon angesprochen, liefert halt ab. Ich fand auch unglaublich cool die Kampfszene, wo Kellnacka von den Hexen übernommen wird, also der Wookie, und einfach nochmal aufgezeigt wird, was für eine Wucht dieser Typ einfach hat, weil der einfach Kraft hat und die beiden schon ordentlich zurichtet. Und ich fand die Kampfchoreos wirklich gut. Ich kann verstehen, wenn man sagt, man mag nicht dieses Lichtschwertgefuchtel, wie es in den Prequels ja vor allem dann im Finale von Episode 3 stattfindet. Und man mag eher so ein bisschen, dass das Lichtschwerter mit zwei Händen geführt werden, wie so ein Breitschwert. Das ist ja das, was in der OT vor allem gemacht wurde, so ein bisschen in den Sequels. Aber ich bin ehrlich gesagt riesiger Fan von diesem Gefuchtel. Das ist, man kann bestimmt ein bisschen die Choreografien kritisieren, ob das jetzt vielleicht zu viel hin und her geschwungen ist. Aber ich mochte auch, wie die Kamera da gearbeitet hat. Also auch zum Beispiel, wenn wir das erste Mal Creamier, also den Fremden sehen, wie er die Jedi es fertig macht, so zwischen den Bäumen. Und dann sehen wir immer mehr auch der Kampf mit Jackie. Okay, fantastisch. Auch was wir, wie mit dem Kortosis-Helm und Armschienen, wie das eingesetzt. Also da kann ich, da bin ich wirklich, da bin ich völlig hooked. Also auch das ist für mich tatsächlich, auch wenn ich einige Sachen an der Serie kritisiere, da liefert die Serie wirklich, wirklich grandios ab. Und ich muss sagen, also mir fällt, also ich finde das sind schon die Kamp-Szenen, rein von der Inszenierung ist das, ich finde das perfekt. Mir fällt da in Star Wars wenig Besseres ein. Weil wenn man zum Beispiel die Prequels anguckt, da sind die Kampfchoreografien nicht gut gealtert. Da war das noch was anderes. Und hier ist es wirklich, also ich freue mich riesig über diese Kampfchoreografien. Gut, also mir ist es, also ich sage ja nicht, dass, da war ja zumindest mal irgendwie eine gewisse Wucht hinter, wobei es auch so, wie gesagt, es ist emotional alles egal. Die werden da reihenweise weggeschnitzelt. Die haben, das sind teilweise völlig gesichtslose Jedi, ist egal. Aber das, aber das, aber das war doch auch über, also das ist doch immer der Fall. Ich meine, guck dir Star Trek an, da gibt es diese Red Shirts, die immer nur dafür da sind. Das war natürlich hier auch der Fall. Ja, was aber einfach eine scheiß Konvention ist. Und die braucht man nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, ich finde es auch echt ein bisschen schwach, das immer zu entschuldigen mit, ja, das ist ja woanders auch so. Ja, das stimmt. Dann könnte man es hier ja mal besser machen eigentlich. Ja, das stimmt schon. Also warum muss man immer auf diesem Niveau bleiben? Und ich weiß nicht, Acolyte hätte jetzt gerade, ich meine ganz ehrlich, ich hatte durchaus wirklich erwartet, dass diese Serie vielleicht mal irgendwas reißen würde durch ihr Setting. Auch schon, weiß ich, der Look zum Beispiel der Serie. Die Serie sieht wirklich, die spielt 100 Jahre vorher und man hätte da zum Beispiel auch mal visuell irgendwie Akzente setzen können. Aber gar nichts. Die hat denselben einheitlichen, langweiligen Look wie alle anderen auch. Und manches, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nicht, es sieht jetzt nicht total billig aus, aber du fragst dich echt, warum das jetzt so arschteuer gewesen ist. Ja, da gehe ich mit. Das würde ich tatsächlich auch gerne wissen. Das Ding ist ja, die sehen gut aus. Also die Sets, ne, wir haben nicht mehr den Blue Screen aus Episode 2. Wir haben kein übertriebenes Rundum-CGI. Ja, Volume, ne? Die Technologie aus der Mandalorian. Unter anderem das genau bei Mando und so. Wobei, das ist mir, ich habe eigentlich ein Auge dafür. Ey, die Volume, keine Ahnung, ich sehe das immer nicht. Oh, das sieht man doch schon. Aber das ist ein anderes. Ja, ja, ich habe, ich bin total CGI-pingelig, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich würde gern wissen, warum das so teuer ist. Weil die Schauspieler können alle nicht teuer gewesen sein. Carrie-Anne Moss wird am meisten gekriegt haben. Und Zoll weiß ich auch nicht, tatsächlich. Also wenn ich mir, gute Frage. Das finde ich auch, ich finde, ja, ich finde auch, das sieht nicht nach so viel Kohle aus. Was ich finde, aber, also ich finde, es sieht deutlich besser aus als Ahsoka und Kenobi. Wo man dieses Volume in meinen Augen wirklich krass gesehen hat. Auch daran, dass es gerade in Ahsoka, da waren die Sets, Sets in Anführungszeichen, sehr flach. Also wenn ich da irgendwie an Balin denke, der vor diesem Monument da steht und sich zwei Meter nach links und zwei Meter nach rechts bewegen kann. Das haben wir hier schon mehr. Ich finde es schade, dass einige Sets zu klein sind. Da wäre, glaube ich, möglich gewesen, wenn man vielleicht an so einer Kombi von Volume und Sets hätte mehr arbeiten können. Das geht besser. Ich finde aber, ich muss ehrlich gesagt, glaube ich, aktuell ganz stumpf sagen, wenn ich die Option habe, entweder so, wie es jetzt in Acolyte ist oder wie es bei Ahsoka und Kenobi ist, dann lieber so, auch wenn das Optimum anders aussieht. Auch da, also ich finde, es gab einige coole Bilder, aber diese Serie sieht nicht nach Kino Star Wars aus. Aber auch wenn man da sagen muss, das sah bis jetzt ja auch leider noch keine Star Wars Serie. Ja, wobei ich sagen muss, also wie gesagt, ich bin, ich mag die Serie Andor, ne? Das ist nicht so, dass ich die hasse, nur weil ich die am wenigsten, mir die am wenigsten gefällt. Das ist ja immer noch, das kommt ja noch dazu. Aber Andor sah schon, fand ich richtig geil aus. Also das muss ich einfach sagen, gerade weil die sich halt, die haben sich ja auch wenig auf dieses Mystische verlassen, sondern haben wirklich auch einen anderen Ansatz gemacht. Und dadurch sah das einfach wirklich geil aus, muss man einfach sagen. Ja, Andor ist von der Optik einfach sehr geerdet, was das angeht. Sehr, sehr, sehr. Sehr rau. Genau. Und ja, weiß nicht, also ist jetzt nicht so, dass das Ecolight jetzt zwangshäufig genauso aussehen muss, aber man hätte, ich weiß nicht, da hat man einfach so viel Potenzial liegen lassen. Ja. Und das ist für mich eigentlich auch mit das Frustigste an der ganzen Serie, wenn die jetzt einfach nur schlecht wäre für mich. Also jetzt aus meiner Perspektive, also ich finde die wirklich schlecht, muss ich leider sagen. Und das irgendwie einfach, was egal so vor sich hindudelt, dann wäre das noch okay, dann weiß ich nicht, hier rein, da raus und gut ist. Aber was für mich wirklich wahnsinnig frustig ist, dass man die ganze Zeit spürt, was man daraus hätte machen können. Man spürt, dass da durchaus Potenzial war, ob es jetzt die High Republic an sich ist, keine Ahnung, vielleicht auch die Geschichte ist, hätte man die vielleicht ein bisschen besser erzählt und nicht mit diesen lahmarschigen Rückblenden oder weiß ich nicht, auch diese Dualität mit den beiden Schwestern, da wird ja, ach, also irgendwann hat mich das nur noch angeödet, ganz ehrlich. Und es liegt auch leider an dem sehr limitierten Schauspiel von Amendler-Stanberg, das muss man leider sagen. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass die wohl als allererstes schon irgendwie bei dem Projekt gesetzt war, bevor überhaupt klar war, worum es hier eigentlich wirklich gehen wird. Ja, okay. Also die hat man wohl wirklich von Anfang an gecastet und da denkt man sich so, die ist mit das schwächste Glied in der Kette und um die dreht sich die ganze Serie. Na, herzlichen Glückwunsch. Und das muss ich tatsächlich auch sagen, dass die Kinderschauspieler von May und Osha und auch die Erwachsene, die erwachsene Schauspielerin, die waren wirklich nicht so gut. Kinderschauspieler, ja, da drückt man natürlich immer mal wieder ein Auge zu, aber auch das hatten wir halt schon bei einem Anakin in Episode 1, das ist auch, boah, also das ist einfach ein räudiges Schauspiel und bei den beiden Kleinen leider auch und bei Osha und May als Erwachsene war das leider auch. Also man hätte, ja, die sind eine Person, ganz klar. Die hatten ja dennoch, hatten die ja für einen gewissen Zeitraum zwei verschiedene Anschauungen. Da hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Das ist halt nun mal, ja, das ist das Schauspiel, aber Gott sei Dank reißt auch das mich nicht raus, weil es wie gesagt so, dass das große Ganze und das Mysterium, was da aufgemacht wird, das zählt für mich mehr als die Schauspielkunst. Und vielleicht reden wir nochmal ganz kurz darüber, ob wir fucking Darth Plaggys gesehen haben. Ja, hab ich. Seid ihr auch der Meinung, dass er das ist? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, würde ich auch sagen, ich habe es selber nicht rausgefunden, weil ich da mal sehr schlecht bin, was sowas angeht, aber ich habe gelesen, dass in der Szene mit eventuell Darth Plaggys der gleiche Soundtrack anklingt, wie in Episode 3, als Kanzler Palpatine Anakin von Darth Plaggys erzählt. Also das würde ich mal auch sagen, ja, ist gesetzt, weil wer soll es auch sonst sein, ne? Ja, ich auch. Und das, also, einerseits wurde vermutet, dass die Ritter von Ren da jetzt mit am Start sind. Und wenn jetzt Darth Plaggys endlich mal mit dabei ist, das wäre, also ich wünsche mir das seit, ich weiß nicht wie lange, seit Episode 7? Ich keine Ahnung. Das wäre der absolute Oberknaller. Deswegen hat mich die letzte Folge so komplett gekillt. Ey, man sieht Darth Plaggys, man sieht wie ein Lichtschwertkristall. Ja, man sieht ihn für vier Sekunden. Ja, deswegen, man vermutet es, ne? Es könnte es sein. Ja, aber auf der anderen Seite jetzt, wenn du dich jetzt mal in Leute reinversetzt, die zum Beispiel gar nicht wissen, ich meine, den Namen werden vielleicht manche aus Episode 3 noch kennen, aber sie werden zum Beispiel nicht wissen, wie der aussieht und dass der wahrscheinlich auch nicht humanoid ist, soweit ich weiß. Für die ist das einfach nur ein random Kreatur, wo du dich fragst, wo war der die ganze Zeit in den ganzen Szenen zwischen Kimia und May auf der Insel? Ja, aber für die Serie ist das doch irrelevant. Also ich finde, das ist halt eine Andeutung. Wir wissen nicht mehr, ob, also es ist halt die Frage, ist er wirklich der Meister von Kimia? Wir wissen auch gar nicht, weiß Kimia überhaupt von ihm? Also das ist ja alles noch unsicher. Natürlich kann man sagen, da wird jetzt sehr viel aufgemacht für eine eventuell zweite Staffel, aber für diese relativ abgeschlossene Handlung von Osha, May, Rache und Sol ist das überhaupt nicht relevant. Das ist halt ein kleiner Hint. Hättest du es gebraucht? Nö, ist es Fanservice? Ja. Das gilt aber auch für vieles. Aber sowas von... Das ist der Fanservice, den ich haben möchte. Es ist aber irgendwo auch ein leeres Versprechen, weil, äh, warum ist der nicht zum Beispiel schon eher aufgetaucht? Und warum, äh, weiß ich nicht, belässt man... Weil es nicht um ihn geht. Es geht nicht um Plagueis. Ja, aber dann kann man ihn ja auch weglassen, wenn es nicht um ihn geht. Das am Ende zu präsentieren ist doch auch schon, das ist doch, ist doch in Ordnung. Also, also ich finde es schon gut, den erst jetzt zu präsentieren. Ja. Und du siehst Yoda kurz. Das sind so die beiden Sachen. Yoda hat man nicht gebraucht. Man hat die beide nicht gebraucht. Ich habe von Anfang an gesagt, oh, eigentlich, eigentlich müsste Yoda auftauchen. Aber dadurch, dass wir den Rat nicht gesehen haben mit allen Mitgliedern, warum hätte er auftauchen sollen? Ich meine, dass ich, man rennt ja nicht wegen jeder Kleinigkeit wie eine Petze zu seiner Mama, sondern die Jedi können ja durchaus unter sich auch die Probleme klären oder auch nicht. Und deswegen fand ich das auch völlig okay. Und das hat auf jeden Fall, hat mich das, mich persönlich, ich ziehe mir ja das raus, ich ziehe mir einfach alles raus, was ich richtig Bock habe. Und wenn Plagueis auftaucht und ich wünsche mir den schon seit 2015 oder so, dann finde ich das einfach geil, dass ich zumindest den mal gesehen habe. Und wir wissen ja alle, wie die Sith funktionieren. Und Quimera ist kein Sith. Er sagte nur, ihr würdet mich wohl so nennen. Aber niemand weiß genau im Moment, was er ist. Und deswegen, die ziehen, entweder ziehen die die Fäden im Hintergrund oder halt auch nicht. Entweder ist es wie bei Palpatine, der von Episode 1 bis 9 im Endeffekt einmal seinen kompletten Aufstiegfall, Aufstiegfall präsentiert hat. Oder er weiß, oder Quimera weiß von ihm und handelt selber in seinem Auftrag. Das ist alles Spekulation. Und ich fand's cool. Also letzten Endes führt es doch eigentlich nirgendwo hin. Und wenn du jetzt auch hörst, ob es überhaupt eine zweite Staffel gibt, ist unklar. Das heißt, das wird wahrscheinlich nie irgendwie weder wirklich eine Relevanz haben. Der taucht dann einmal auf, oh wow, Fanservice und das war's. Das ist reiner Selbstzweck eigentlich. Weiß nicht, also halte ich gar nicht von. Das ist richtig. Das ist halt wie der Auftritt von Maul in Solo zum Beispiel. Ja, aber da hat man zumindest noch, also den kennt das Publikum ja eventuell noch. Darth Plagueis kennst du halt nur, wenn du irgendwie mal ein bisschen in der Lore drin bist eigentlich. Ja, er ist halt irgendwie eine ominöse Kreatur. Ja. Und reicht das nicht? Ja, ich frag mich nur halt, warum ist er da? Ich mein, er war, er hat es ja auch gesagt von wegen der und Yoda, es ist etwa so auf einer Ebene. Aber Yoda kennt jeder, den musst du nur von hinten zeigen, dann weiß sofort jeder, wer das ist. Und zum anderen, der hatte mit dem Plot nicht wirklich was zu tun. Kimia und May waren aber die ganze Zeit auf dieser Insel mit diesem Typen. Und man fragt sich, warum kommt der jetzt erst raus, um einmal kurz in die Kamera zu gucken? Das ist, es ist lahm. Nein, er hat ihn halt einfach nur hinterher geguckt und gesehen, alles klar, die hauen jetzt ab, Punkt. Und vielleicht hat er sich auch gefreut, alles klar. Sein Plan ist in die Tat umgesetzt worden, den er sich gesetzt hatte. Oder wie gesagt, noch niemand weiß, dass er dort ist. Also es ist, wenn ich wüsste, wenn dann eine Kreatur wäre, die komisch um die Ecke guckt und ich wüsste nicht, was das für eine Kreatur ist, dann würde ich genauso gespannt jetzt hier sitzen und sagen, Alter, wer ist das? Ich bin schon voll gespannt, was dabei rumkommt. Und wenn ich jetzt sage, okay, es könnte Plagueis sein, weil er hat einfach die Gesichtszüge und das war nach 0,1 Sekunde, habe ich den Bildschirm angeschrien und meine Frau gesagt, ey, das ist fucking Plagueis. Das ist beides auf der Pro-Seite für mich. Mir egal, ob das Plagueis ist oder ob ich jemanden nicht kenne. Also das heißt, wenn jetzt keine zweite Staffel kommt, dann, also weil das ist ja dann letzten Endes ein leeres Versprechen, was man dir gibt. Wenn es tatsächlich Plagueis sein sollte und keine zweite Staffel kommt und es ist Plagueis laut Drehbuch, dann müssen die den irgendwie anders reinholen, ja, dann wäre das schon, dann wäre das schon ein leeres Versprechen, ja. Und ich hoffe sehr, dass eine zweite Staffel kommt. Ich meine, Star Wars-Fans haben ja den Vorteil, es gibt Comics, es gibt Romane, es gibt mehr. Also im Zweifel wird es da aufgegriffen, auch wenn man natürlich sagen kann, darauf sollte sich eine Serie nicht ausruhen. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, in dieser Situation bin ich auch ein bisschen kaltschnäuzig und denke, ich bin Star Wars-Fan, ich freue mich über diesen Moment und wer es halt nicht versteht. Ja, Pech. Ja, nee, ach, das, das, da müsst ihr aber auch bedenken, äh, ja gut, ich meine, die Zuschauerschaft ist ja mittlerweile schon geschrumpft. Also ich weiß nicht, ob so viele Otto-Nomalo-Leute wie Ecolite gucken. Ist ja die Frage, ne, es gab ja diesen Report, dass nach Kenobi, was, was View-Zahn und Engagement-Ecolite die zweitmeiste ist, was natürlich auch am vielen Hate liegt, aber es, ja, ist halt die Frage, was dann tatsächlich die Zahlen sind. Ja, aber das hat, also ich weiß nicht, ich glaube, dass ein Großteil der Leute da einfach nur gesessen hat, sich überlegt hat, äh, was ist das denn? Weil, äh, wie gesagt, den, also ganz ehrlich, den Namen Darth Plagueis, den dürften manche Leute nicht mal mehr aus Episode 3 kennen, der wurde einmal erwähnt und das vor 20 Jahren. Also da, da hat keiner wirklich Bezug zu, das ist halt, das ist halt wieder wie mit, also da hast du schon ein richtiges Beispiel angebracht mit Darth Maul, aber weißt du, den kennen ja Leute zumindest und auch über sein markantes Aussehen. Bei, bei, äh, Darth Plagueis ist einfach nur Name-Dropping einmal vor 20 Jahren, das weiß keine Sau mehr vom, vom, äh, äh, sag ich mal, Durchschnittspublikum und dann taucht, also die, die Verbindung zieht einfach keiner, der da nicht ein bisschen drin ist. Ja. Dadurch ist es irgendwie auch, weiß ich nicht, witzlos irgendwo, also, weiß nicht, das, aber, aber das ist auch generell, äh, so mein Hauptproblem mit der Serie, dass die am Ende, am Ende lässt die eigentlich viel zu viel offen. Und macht sogar noch mehr auf und wenn du dann halt hörst von Leslie Hedlund so, ja, also, hm, ja, Staffel 2 mal gucken, ja, hm, ja, ich, ich mach jetzt erstmal was anderes und in ein paar Jahren überleg ich's mir da mal so. Also da denkt man sich dann so, äh, wie, wie habt ihr das denn bitte konzipiert? Ja, ja, dann sagt, dann sagt Disney einfach alles klar, ciao, ähm, wir suchen uns den Nächsten. Wenn die wirklich sehen, okay, es geht denen ja, es geht ja nicht darum, kommt etwas gut an, sondern wird etwas geklickt, so, und bringt es Geld. Suicide Squad, scheiß Film, mega erfolgreich, so, ähm, und darum geht es. Und wenn Disney sieht, okay, das Ding wurde richtig krass geguckt und Aco-Light 2, Staffel 2, würde wahrscheinlich auch noch richtig krass geguckt werden, einmal von denen, die es lieben oder gut fanden, ähm, und die, die sagen, alles klar, ich, jetzt pflücke ich mal wieder, ähm, Star Wars und vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen LGBTQ haten, so, ähm, und, ähm, dann sagt Disney, alles klar, wir machen das, mit oder ohne dich. Ich glaube schon, dass da eine zweite Staffel kommt. Äh, ich weiß nicht, also, äh, vor allem, letzten Endes hat die Serie jetzt eigentlich nur irgendwie Aufmerksamkeit bekommen durch den Negativ-Hype und ob das auf Dauer so gut geht. Ja, 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 leider ja. Das, das ist ja, das ist ja genauso wie bei Rings of Power, aber während du bei der halt noch weißt, dass da noch mehr kommt und dass da auch insgesamt fünf Staffeln geplant waren, ich meine, hier war eigentlich nie die Rede davon und dann kommt Leslie Hedlin plötzlich an mit, ja, ja, das soll über mehrere Staffeln gehen, aber auch, ja, ob ich die zweite überhaupt noch mache, so, das ist so. Aber das finde ich ehrlich gesagt null problematisch, weil ich finde ehrlich gesagt, wir sind doch in einer Zeit, wo aktuell sofort gedacht wird, es kommt ein Film und wenn der Film kommt, da haben wir, sagen alle sofort, ja, wir haben das direkt als Shared Universe geplant, wir machen zehn Filme und dann, äh, nach zwei Filmen hört's auf, weil, äh, gefloppt, da finde ich es ehrlich gesagt ganz sympathisch zu sagen, wir machen erstmal die erste Staffel und dann gucken wir halt, das finde ich nicht problematisch. Naja, aber nee, 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 das ist es ja eigentlich nicht, weil dann würdest du ja die erste Staffel so konzipieren, dass sie auch relativ für sich alleine stehen kann, aber ich sag's ganz ehrlich, diese erste Staffel ist im Grunde genommen ein extrem langgezogener Auftakt für irgendwas, was angeblich dann kommen soll, aber, aber, ne, weiß ich nicht. Also, ja, es wird am Ende sehr viel noch aufgemacht, aber ich finde, die Rache von May und Osha an Soul und den Jedi ist abgeschlossen. Das ist der Arc der ersten Staffel. Ja, gut, aber es werden ja alle möglichen Fragen, die aufgeworfen wurden, werden nicht beantwortet und es werden auch noch neue Türen aufgemacht. Also, das fühlt sich auf keinen Fall so an, von wegen, ja, wir machen erstmal eine Staffel und, weil das ist halt auch ein scheiß Konzept, wenn du das jetzt irgendwie auf vier oder fünf Staffeln geplant hast und dann aber erstmal nur eine machst und die Leute dann, äh, in der Luft hängen lässt, weil, äh, die zweite wird dann jetzt auch nicht in einem Jahr kommen, sondern wahrscheinlich in drei oder vier. Und ich habe wirklich, also, Leslie Hetland wirkt nicht sonderlich optimistisch, dass sie noch eine zweite Staffel machen möchte. Keine Ahnung, warum, aber, äh, das klang jetzt für mich nicht so von wegen, yo, ich hab da noch ganz, ganz viel geplant. Also, überhaupt nicht. Ja, gut, ich meine, man muss ja auch sagen, bis jetzt war Disney nach solchen Hate immer super, äh, feige in Anführungszeichen, ne? Also, nach Solo, nachdem der geschloppt ist, keine Kinofilme mehr. Ja, nachdem Episode 8 schlecht ankam und Rose gehatet wurde, Rose spielt in Episode 9 keine Rolle mehr, wir holen J.J. Abrams wieder, weil der ist die sichere Wahl. Ja. Und das gilt ja für viele Entscheidungen, bei Disney allgemein, aber natürlich auch bei Star Wars. Und da kann ich schon verstehen, dass Leslie Hetland da, glaube ich, erstmal kritisch ist oder zumindest skeptisch. Ja, aber das hätte sie ja dann zumindest irgendwie auch einkalkulieren können. Weiß nicht, also, dass, dass, man, man hätte das zum Beispiel so konzipieren können, dass das auch als Endpunkt funktioniert und dann hättest du irgendwie eine neue Geschichte drangehangen, aber hier wirst du eigentlich... Da bin ich ganz bei dir. Weiß ich nicht, du wirst, du wirst eigentlich, äh, auf offener Flur stehen gelassen. Und dann ändert dieser Fanservice-Cliffhanger auch nicht viel da dran. Also, das ist, das ist eigentlich ähnlich wie bei, deshalb wundert mich das eigentlich, Johannes, weil du es ja mal meintest, ähm, ähm, hier Ahsoka, dass die für dich halt nicht funktioniert hätte, weil die sich halt anfühlt wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Teaser für einen Teaser, Trailer für einen Trailer. Und so ist das für mich hier vom Gefühl her auch so. Ja, aber bei Ahsoka ist ja gar nichts abgeschlossen, weil da wird, äh, mehrere Episoden auf Thrawn hingearbeitet, dann ist er da und dann ist er wieder weg. Ja. Beziehungsweise, dann ist er da, aber... Er kommt viel zu spät. Genau, da löst sich ja nicht auf. Hier wird zumindest, finde ich, diese Grundstory zusammen, ich bin ganz bei dir, ich finde, man hätte die abschließend, komplett abschließend konzipieren können, hätte ich besser gefunden. Ich hätte aber auch besser gefunden, wenn das ein zweieinhalbstündiger Film gewesen wäre für die große Leinwand. Dann hätten wir krasse Action gehabt, hätten weniger Füller in Anführungszeichen gehabt, hätte ich alles besser gefunden. Jetzt haben wir halt diese nicht optimale Serie, aber damit muss oder kann ich arbeiten. Das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil ich hatte wirklich ständig bei dieser Serie das Gefühl, dass das ursprünglich mal zwei Stunden Film war, der dann auf über vier gestreckt wurde und dann wiederum zerhäckselt in acht Episoden. Weil die Episoden sind teilweise so lächerlich kurz, dass du dir echt so denkst, das soll jetzt für eine ganze... Also darauf sollen die Leute eine ganze Woche warten. Das ist auch schon echt frech einfach und das fühlt sich wirklich, diese Serie, die fühlt sich so gestretched an. Weiß ich nicht, in der vierten und der sechsten Folge, da passiert wirklich praktisch gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Ja gut, bei Mandalorian, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund davon. Die Serie besteht für mich auch zu zwei Drittel aus Filler. Und dass das der Fall ist, sieht man jetzt auch daran, dieser Mando-Grogo-Film, da heißt es schon hinter vorgehaltener Hand, das ist eigentlich das, was von der vierten Staffel übrig bleibt, wenn man den ganzen Filler weglässt. Das ist halt auch wahnsinnig frustig für mich irgendwie gewesen, dass diese Folgen so lächerlich kurz sind und dass dadurch irgendwie auch kaum Möglichkeit war, mal irgendwie Substanz zwischen den Figuren oder sonst was aufzubauen. Ich kann mich euch anschließen, hier dieser Schauspieler aus Squid Game, dieser Lee Jung Jae, der ist der Einzige, der sich... Also bei dem habe ich wirklich das Gefühl, das ist der Einzige, der so zumindest eine gewisse Passion für das Projekt gebracht hat. So von wegen so, hey, ich hier jetzt als südkoreanischer Schauspieler kriege ich jetzt hier die Möglichkeit, in Star Wars mitzuspielen und dann da wahrscheinlich noch irgendwie jetzt eine Hollywood-Karriere zu starten. Gönne ich ihm auch, aber ja, er kann halt auf Dauer auch nicht gegen die bleierne Langeweile dieser Serie für mich ankämpfen oder auch gegen das auf Dauer, also was seine Figur angeht, wirklich teilweise richtig üble Drehbuch. Also seine Figur oder seine Performance kann auf Dauer auch nicht diese furchtbar schlechte Schreibe retten an der Stelle, wie ich finde. Ich fand zum Beispiel, also die Darstellerin von Mutter Anicea fand ich großartig. Die hat, finde ich, sehr gut funktioniert als Anführerin von diesem Zirkel. Weiß nicht, also diese ganze Serie wimmelt irgendwie vor so Wegwerffiguren. Die sind so OneNote, dann erfüllen sie ihren Zweck und dann weg damit. Also, und das weiß ich, finde ich auch in Bezug auf Leslie Hetland, finde ich das einfach auch schwierig, wie die mit ihren Figuren umgeht. Aber du brauchst ja nur, du brauchst ja eine Quimia, du brauchst Sol und May, äh, May und Osha, du brauchst Sol. So, das sind ja erstmal die, die du brauchst, um die geht es. Alles drumherum ist halt, ähm, mehr oder weniger Beiwerk. Ja, aber dann hätte man die auch weglassen können. Ja, aber Nebenfiguren gibt es doch in Serien und Filmen immer. Also, selbst, ne, großartige Serie wie Game of Thrones, da gibt es auch diverse Nebenfiguren, die nicht groß mehr sind als Stichwortgeber. Die funktionieren, weil Liam Cummingham den vielleicht mal spielt, aber die Figuren sind zum Teil halt auch einfach nur da. Ja, also, das sind Nebenfiguren. Nicht jede Figur kann ja ausgearbeitet sein. Nee, aber wie, wie die, wie die Serie damit umgeht einfach. Also, dass, dass diese Jedi einfach oder auch die Hexen, das hat halt wirklich, das hat alles keine wirkliche Substanz. Und deshalb geht es mir einfach auch emotional komplett am Arsch vorbei. Der hätte da noch 100 Jedi töten können und es wäre mir scheißegal gewesen. Richtig, aber dafür hätten wir noch geile Kämpfe gehabt. Ja, noch länger. Oh ja. Das möchte ich sehen. Ja, dann kann ich auch, weiß ich nicht, kann ich mir auch eine endlos, irgendwie eine KI eingeben, endlos Schleife, Lichtschwertkampf und fertig, dann habe ich dasselbe. Weißt du, Beckenmesserei oder hin oder her, aber ich würde, also, ich weiß nicht, ich komme mir bestimmt auch wie so ein totaler Logikfetisch ist drüber, das bin ich gar nicht. Aber ich merke einfach, dass ich dazu werde, sobald ich emotional einfach null dabei bin. Das ist eben der Unterschied zu der Originaltrilogie, die, weiß Gott, auch alle möglichen Löcher und Unlogeleien und sonst was hat. Also, du merkst an allen Ecken und Enden bei der OT, dass die nie so geplant gewesen ist. Das ist völliger Blödsinn, das zu sagen. Aber da ist man halt emotional involviert, da fiebert man mit den Figuren mit, die Figuren entwickeln sich, sie wachsen und hier ist einfach nur vieles Behauptung oder, weiß ich nicht, sie haben ihren Zweck erfüllt, ja, killen wir weg. Das, also, nee, das ist eine Art und Weise, mit Charakteren umzugehen, die man selber geschrieben hat, die ich schwierig finde, tatsächlich. Und das wiegt es für mich auch nicht auf, ja, andere Serien machen das ja auch so, ja, dann könnte man ja hier den Unterschied machen. Und es hätte ja die Möglichkeit gegeben, also, ich meine, man hatte wirklich gute Schauspieler an der Hand, die aber zum großen Teil einfach nichts bis sehr wenig zu tun bekommen. Es geht ja nicht allen so, aber ich bin beide, ich finde es auch ganz spannend, dass ich die Serie dann doch so sehr verteidige, weil ich im Laufe der Serie, also, was ich auch, also, was dieser Serie immens geschadet hat und das finde ich, ja, also, das kann man doch auch kritisieren, diese wöchentliche Veröffentlichung ist absolut zerstörend für diese Serie. Wenn die am Stück veröffentlicht worden wäre, hätte die in meinen Augen deutlich besser gewirkt, weil ich bin bei dir, Dom, es gibt Folgen wie Episode 4 und auch Episode 6, da passiert mir deutlich zu wenig. Das sind halt diese Folgen, die gewisse Sachen überbrücken und sozusagen was aufbauen. Episode 4 baut auf, damit wir in Episode 6 nur geilen Kampf sehen und, ne, die Folge danach ist dann halt, also, das ist schade und auch da hätte man natürlich sagen können, ihr wisst, also, ne, die werden wissen, bei Disney Plus werden die Serien wöchentlich veröffentlicht. Macht es dementsprechend, finde ich auch schade. Ja. Ja, ist halt Content, ne, das geht halt, also, ich meine, mit den acht Episoden, das wird wahrscheinlich auch kein Zufall sein, weil, überleg mal, du bringst die ersten beiden auf einen Schlag raus und dann hast du danach noch sechs Wochen, aber die Leute müssen dann ja trotzdem für mindestens zwei Monate Disney Plus abonnieren, das heißt, du kannst da ruhig darüber längerfristig binden. Auf jeden Fall. Und dann geht das ja letzten Endes auch, ne, also. Genau, das gilt für alle Serien im Streaming. Das ist eiskaldes Kalkül. Ja, total. Ja, aber es ist hier nochmal wirklich so, äh, die Leute eben eine Woche warten lassen und dann wirklich einfach nur 20 Minuten oder, oder, also wirklich kaum über eine halbe Stunde zu präsentieren, wo im Prinzip eigentlich nichts passiert, das finde ich schon echt einfach ein bisschen frech. Ich hätte, ich hätte gerne, na, ich hätte auch gerne, also, ne, dann hätte man natürlich mehr erzählen müssen, aber ich hätte gerne, äh, wenn jede Folge dreiviertel Stunde Stunde, Stunde. Ja, definitiv. Hätte ich besser gefunden, auf jeden Fall. War scheinbar nicht möglich. Ja, oder, ja, oder man hat einfach nicht genug. Ich meine, sonderlich viel zu erzählen hat man einfach nicht. Die Handlung ist einfach sehr dünn. Und das wird dann halt auch noch, wer weiß wie, gestreckt. Aber zum Glück sind Filme und Serien ja nicht nur Drehbücher. Es geht ja auch um das, wie es uns präsentiert worden ist. Ja. Aber da haben wir, glaube ich, auch relativ konträre Positionen an einigen Stellen. Ja, ich weiß nicht. Ach, die, die, die Inszenierung. Ja, Gott, die Kämpfe. Aber irgendwann habe ich mich, vor allem ist es halt auch so Hanebüchen, dass, äh, alle, alle, äh, ausgebildeten krassen Jedi werden von dem niedergestreckt wie sonst was. Und die Padawan, die besteht am längsten gegen den. Und auch dieses Cortosis, äh, Ding setzt er seltsamerweise im Finale nicht wieder ein. Warum nicht? Er hat die ganze Zeit diesen Helm auf und diese Manschetten. Er versucht es ja. Ja, ja, da, da hat sich auch die Spannung rausgezogen, weil da, das hat man ganz klar gesehen, soll weißes, soll, soll verhindertes, ähm, und das hat er versucht. Das setzt er sehr wohl ein, ja. Ja, und auch, auch wenn ich finde, die Serie hat zu wenig ikonische Bilder, aber dieser Moment, wenn Quimir das Lichtschwert versucht gegen seinen Helm zu drücken und die, die, die Funken auf seinen Helm, ähm, prasseln, das fand ich war wirklich eine richtig, also das fand ich war visuell ganz starke Szene. Ja, sowieso, ähm, wie er mit dem Lichtschwert umgeht und, ähm, ja klar, zwei Lichtschwerte auf einmal haben wir schon gesehen. Ähm. Warum das eine so winzig klein war? Das, was ist das? Das ist ein Kampfstil, ähm, das hat Ahsoka ja auch. Das ist ein Stil, ähm, ein Kampfstil einfach, ganz klar. Okay. Das, da ist wieder der Punkt, ähm, man, es kann einen stören, man kann es so hinnehmen oder man kennt sich halt tatsächlich auch einfach ein bisschen aus, das ist ja ganz egal, aber das ist einfach ein Kampfstil, so, ähm. Das kann man halt bei so vielen machen, ja, warum, warum hat Mace Windu lila Lichtschwert? Ja, Samuel Jackson Wolters lila haben, Punkt. Es gibt keine Erklärung dafür, das, und, ähm, ja, das ist ja bekannt. Ja, das, heutzutage würde das wahrscheinlich noch viel mehr zerrissen werden, ähm, das ist einfach eine coole Entscheidung. Und hier ist es halt einfach so, dass das A, Kampfstil ist, B, wer, würde man das in der Mitte zerteilen, das Lichtschwert, dann wäre das wahrscheinlich, ähm, dann wäre das eine Hälfte davon zum zweihändig kämpfen zu klein, falls eines, falls das kleinere kaputt geht, die andere Hälfte. Auch da kann man wieder ganz logisch erklären, aber auch, das möchte ich hier gar nicht. Ich möchte einfach nur sagen, Kampfstil. So, so funktioniert's. Und wenn ihr beide auf einmal wirft und zölde Dinge abwehrt, das sind so die Sachen, die einfach so geil aussehen. Was man vielleicht zu seiner Figur noch sagen kann, also von dem Fremden, beziehungsweise, äh, Quimier, ich find, dieser Reveal, den die Serie da macht, der ist schon faul. Also, das geht, find ich, in Richtung, äh, Ringe der Macht, äh, wer, ne, das spoilern wir jetzt nicht, aber alle wissen. Genau, richtig, wer, wer dahinter steckt, das fand ich auch faul und sehr offensichtlich, auch, ähm, wer dann, ne, es wird ja angeteasert, er hat eine Meisterin, er war ja ein Jedi, okay, es ist Venestra, war auch relativ offensichtlich, was ich tatsächlich dann in der Serie überraschend gut fand, wie Quimier dargestellt wird, weil als Apotheker ist er ja wirklich, also er ist ja irgendwie so ein Hoshi, also er ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so, er ist so schmächtig, läuft so gebückt und ich hab gedacht, wenn der jetzt, wenn der jetzt, der, 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 der Meister da ist, das werde ich richtig kacke finden. Als er uns dann als Meister präsentiert wurde, muss ich sagen, find ich, auch da hat der Schauspieler das sehr gut gemacht, wie auf einmal er durch diese Körperhaltung, also, der wirkt ja dann, der ist ja auch, ne, muss ja sagen, ist ein durchtrainierter Typ, ähm, und in den Kampfszenen rockt er das schon, und auch, find ich, von der Präsenz her, das hat überraschend gut funktioniert, auch wenn ich den Reveal immer noch nicht optimal finde, ich hätte mir da was anderes gewünscht, also, ne, man hätte ja auch Venestra die Böse, Soll der Böse, war er am Ende, aber auf andere Weise, etc., pp., das war schon offensichtlich, aber wie das dann dargestellt wurde, also, im Ende muss ich sagen, ich mag Quimier. Ja, ich find den total interessant, ja. Ja, Quimier ist so eine Figur, da dachte ich mir, hätte man vielleicht sogar was draus machen können, vor allem in dieser langweiligen sechsten Folge, ähm, aber, ja, irgendwie, ich weiß nicht, der Schauspieler, also, sagen wir es mal so, der kriegt so diese beiden Persönlichkeiten oder Seiten von ihm zu spielen, kriegt der auf jeden Fall um Welten besser hin als, äh, Amendler Stanberg, aber so richtig ernst nehmen konnte ich den, also, in, in, hier, weiß ich nicht, Folge 8, jetzt ging's, aber in 6 war das wirklich, dachte ich mir so, oder, oder, nee, nee, nicht in 6, aber in 5, das ist so, äh, diese, äh, am Anfang ist der halt echt so eine, also, hast du schon recht, Johannes, der ist so eine richtige Gärtnerfigur einfach, ne, so, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, was, was, was zum Beispiel Professor Quirrell ist bei Harry Potter oder so, ähm, und, ja, so, 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 so was ist der im Grunde genommen und, äh, ja, ich weiß nicht, ich hab's dem irgendwie nicht abgekauft, auch, weil ich mir die ganze Zeit dachte, der sieht irgendwie aus wie ein Lichtdubel für Ezra Miller, ja, gegen Ende fand ich's okay, ähm, aber ich weiß nicht, wie das dann auch zwischen ihm und, äh, Osha dann da irgendwie auch romantisiert wird, wo du auch ganz genau merkst, dass, äh, Leslie Hetland ihn schon irgendwie ziemlich geil findet in seiner, eigentlich faschistischen Ideologie, äh, ich weiß nicht. Na, ich würd' ja sagen, also, es ist ja ganz spannend, wir haben die Szene, wir haben ja auch, äh, am Anfang der Serie die Szene mit Jort, ähm, da hat Leslie Hetland im Interview ja auch gesagt, sie als, äh, lesbisches Mädchen hatte damals viel Spaß mit der Szene von, äh, wo Lea in ihrem, äh, äh, ja, ne, Kettenbikini da neben Jabba liegt, wo ich auch sagen würde, kann man, ne, was ist das für eine Szene? Er hat gesagt, jetzt gibt's ja quasi mal den, den, den heterosexuellen Damen und den, äh, homosexuellen Männern was oder, ne, allgemeinen Menschen, die halt auf Typen stehen und das haben wir dann ja mit, mit Kimi auch, auch wenn ich sagen würde, die Szene geht ja weiter, weil er ja auch Osha so ein bisschen verführt, das ist ja auch immer ein Element der dunklen Seite. Ja, natürlich. Diese Verführung der Macht, die Verführung dieser Stärke und auch, also das kann man natürlich vielleicht ein bisschen überinterpretieren, aber wenn sie eben das Lichtschwert, äh, dran hält, das hat ja schon so ein bisschen was penetrierendes, ne? Ja, ach, das ist halt auch so. Das ist halt ein bisschen drüber vielleicht so, also, ne, aber, also, why not? Und du merkst auch, wie absolut jugendfrei, äh, irgendwie, dass das inszeniert werden muss für Disney Plus, also mir ist das jetzt auch nochmal aufgefallen, Ich hatte jetzt, äh, kann ich ja, ist ja kein Embargo, ich hab ja jetzt, äh, vor ein paar Tagen, äh, oder nee, gestern hab ich den Screener gesehen zu diesem Film Young Woman and the Sea, der, äh, jetzt am, äh, ja, wahrscheinlich jetzt online ist, wenn ihr das hört und, äh, da gibt's auch einen ganz kurzen Auftritt, wo jemand wirklich tabula rasa aus dem Meer kommt und meine Fresse, ey, bei Disney Plus, du darfst ja nicht mal seinen nackten Arsch sehen oder so. Das ist wirklich, es ist so und die haben ja auch, äh, weiß nicht, wo war das vor ein paar Jahren, als Disney Plus online ging, die haben ja sogar diese Komödie Splash, äh, mit, mit Tom Hanks irgendwie hier, äh, der, der irgendwie eine Meerjungfrau am Strand findet oder was, selbst das haben sie zensiert, indem sie da irgendwie einen, äh, digitalen, einen, äh, Badeanzug oder was drüber gemacht haben oder irgendwie sowas in die Richtung, also, das ist echt, oh, das nervt so. Also, ich mein, ich muss jetzt nicht seinen Asiatenpimmel sehen, aber, äh, äh, weiß nicht, also, das, das wirkt da auch ganz krampfig inszeniert auf mich irgendwie. Das hat mich, das hat mich die, also, die, diese Prüderie passte nicht zu der Szene, fand ich. Ja, das sind, glaub ich, einfach, ja, da sind Strukturen drin, vielleicht, ne, weil du hast den Film erwähnt, da können Star-Wars-Fans hier vielleicht, hey, ruhig, während da spielt Daisy Ridley die Hauptrolle, richtig? Ja, ja, genau, gar nicht, ja, ist, ist, kann man, kann man sich schon ansehen, ist okay, ja. Mit mehr dazu im, äh, Podcast mit, äh, Chris, der wahrscheinlich hier vorauskommen wird, aber, äh, ja. Ähm, habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen, beziehungsweise ausdiskutieren wollt? Ich denke, wir sind, ähm, ganz, also, wir leben alle noch, das ist auf jeden Fall, ähm, Ja, ähm, noch, betonen auch noch. Positiv? Ja. Ähm, nein, ach Quatsch, hab ich nichts mehr. Also, wie gesagt, ich, ähm, ich, ähm, ich kann, ich kann ja auf jeden Fall einige Punkte nachvollziehen, die du aufbringst, beziehungsweise die auch, ähm, das Internet, wenn man es so liest, ähm, aufbringt. Nur viele Dinge stören mich nicht, ich bin sowieso sehr gnädig bei Star Wars, das ist einfach so. Offenes Geheimnis. Das sag ich ja selber auch. Ja. Das ist ja, das ist ja, ne, das ist, ähm, das ist einfach so. Ich persönlich, Episode, äh, Episode 8, ja, auch großartig, aber ich meinte Folge 8, ähm, ähm, ich hatte wirklich, äh, wirklich Herzklopfen und feuchte Augen bei der ganzen Geschichte mit Zoll und Kimia und dann später mit, mit Osha, weil mich das emotional wirklich, wirklich mitgenommen hat und ich das wirklich geil fand, was da passiert ist. Naja, im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es findet. Ich werde mir wahrscheinlich Einzelszenen und, äh, vielleicht eine Folge oder so nochmal angucken, aber ich gucke Serien generell kein zweites Mal. Das ist jetzt nicht so ein Prinzip-Ding, sondern einfach, weiß ich nicht, mach ich einfach nicht. Ja, gut. Hab ich noch nie gemacht, ähm, und die würde ich theoretisch aber zum Beispiel nochmal gucken, ja. Einen Punkt kann ich noch ansprechen, bevor wir zum Fazit kommen, weil da hab ich mich tatsächlich ein bisschen betrogen gefühlt. Okay, was? Wir sehen ja die, wir sehen die Lichtschwertpeitsche von Venestra. Oh ja. Und zwar einfach nur, wenn sie einen Käfer zertrennt und da hab ich gedacht, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Also ja, irgendwie nett, wir sehen die Lichtschwertpeitsche, aber wenn wir eine Lichtschwertpeitsche sehen, dann möchte ich die doch in Action sehen. Und das fand ich ein bisschen schade, auch am Ende, in dem Finale, kommen die ganzen Jedis, die sie dann mitnehmen. Wie viel sind das? Acht oder Zehn? Mehr, glaube ich. Und dann werden die nicht mal eingesetzt. Was fällt euch ein? Leere Versprechen. Ja, das stimmt. Also, die Peitsche fand ich cool, vor allem, das ist auch wieder so ein Ding, bevor Disney den alten Kanon quasi negiert hat, da gab es das ja auch schon. Und Disney holt sich ja peu a peu aus dem Kanon das zurück, was sie gerade meinen, was sie cool finden, was sie haben wollen, wonach die Fans schreien, je nachdem. Das mag ich. Und ich wollte immer schon mal so eine Lichtschwertpeitsche sehen. Das fand ich super geil damals, als ich das gesehen habe, auch so im Comic-Bereich und so. Und ich hätte die auch wirklich gerne gesehen. Das, da pflichte ich dabei. Ja, immerhin kam der, ich meine, ich hatte wirklich gedacht, dass der Jedi Wookie gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Also, das wäre auch eine blanke Frechheit gewesen. Das wäre tatsächlich sehr schade gewesen, ja. Aber das haben wir bekommen. Sehr mächtig sogar. Ja, aber es kam halt erst in Folge 7. Also, es ist, ja. Aber es kam. Gut, dann würde ich sagen, fällen wir alle so ein Fazit und vielleicht dann noch dran gehängt, ob wir uns eine zweite Staffel ansehen würden. Und da würde ich sagen, beginnt mal Johannes. Bitteschön. Ich fange sehr gerne an. Insgesamt bin ich tatsächlich jetzt zufrieden. Und das hätte ich gar nicht gedacht, weil auch auf dem Discord-Server, Cross-Promo kommt da gerne hin, haben Dom und wir, wir haben da ja ordentlich diskutiert. Und da war ich auch ganz schön kritisch zwischendrin, weil ich auch gedacht, also ich hatte zwischendrin echt die, 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 so ein bisschen die Lust an der Serie verloren. Ich habe mir da zwischendrin extra nochmal die Sequels angeguckt, weil ich gedacht habe, jetzt brauche ich nochmal so ein bisschen coole Kinofilme. Und haben mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber insgesamt hat mich die Serie dann doch ab Folge 5 wieder gewonnen. Und ich muss sagen, es ist für mich, ich habe auch, also ich habe jetzt auf jeden Fall alle Folgen mindestens zweimal geguckt und freue mich schon doch auf ein Rewatch. Und ich muss auch sagen, ich würde gerne eine zweite Staffel sehen. Ich bin skeptisch, ob das unter den aktuellen Umständen passiert, würde mich da aber sehr drüber freuen. Und ich glaube, ja, also ich finde, es gab halt wieder richtig viel Lichtschwert-Action, die richtig, richtig cool war. Und das ist schon, das hat gefehlt. Auch das finde ich, in den Sequels hat das im Allgemeinen, in den letzten Star Wars Filmen, gab es einfach zu wenig Lichtschwert-Action. Und hier wird jetzt ordentlich abgeliefert, was den Punkt angeht. Und ich bin, ja, finde ich doch ganz kurios nach meinen, nach einigen Wochen zufrieden. Und, ja, hoffe, das Skeleton-Crew, mal gucken, was das wird. Da vergessen die meisten auch immer, dass es die überhaupt gibt, ne? Oder dass die noch kommt. Aber ja, gut, da gibt es ja noch gar nichts zu, ne? Da gibt es ja nicht mal Bilder zu, glaube ich, nur ein Logo und das war's. Aber mich interessiert die wirklich bislang überhaupt nicht. Endor 2 halt, ne? Endor Staffel 2. Ja, Endor Staffel 2, also da würde ich auch gerne Recaps zu machen, tatsächlich nächstes Jahr. Also, stay tuned. Ja, Till, ich lasse dir den Vortritt, weil, ja gut, einen gewissen Bogen kriegen wir jetzt eh nicht mehr hin, aber ich lasse dir den Vortritt. Scheiß drauf. Das ist sehr freundlich. Ja, gut, Staffel 2, ich hab Bock, ne? Weil, also einerseits, ja, Lichtschwertkämpfe, das ist ein ganz großes Thema. Das war zu wenig. Bei Ahsoka war's schon cool. Und Episode 7 bis 9 hatte welche, aber es war nicht die Art von Lichtschwertkämpfen, die wir jetzt zu sehen bekommen haben. Und davon will ich mehr. Ich will auch mehr von der Macht. Ich bin gespannt, wie es mit den Jedi dort weitergeht und welche Charaktere wir noch treffen und wie viel man Yoda wirklich sieht. Und generell hat man ja gehört, ich bin sehr, sehr verzeihlich, was das alles angeht. Und hab trotzdem so ein bisschen, klar, die Drehbuchschwäche, die ist zu sehen in den Dialogen, ist sie zu hören. Aber alles, alles in allem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ja, das Ding ist halt, die, die sich das jetzt anhören und sagen, okay, auf wen höre ich denn jetzt? Der eine sagt Kacke, der andere sagt, ich fand's gut, aber mit Abstrichen, der andere findet es eigentlich durchweg gut. Bei mir ist es so, ich liebe auch die Obi-Wan-Serie. Nur, dass ihr euch ein bisschen einordnen könnt, zu wem ihr so ein bisschen steht. Obi-Wan war ja auch nicht so ganz beliebt. Aber auch da bin ich ganz, ganz großer Fan. Nennen wir es so, nennen wir es so. Ja, ja. Obwohl, die haben wir auch gerne, gerne in Staffel-Recap reinhören. Naja, genau. Da war ich auch Till dabei. Genau. Ja, ich freu mich auf alles, was noch folgt. Und Skeleton Crew gab's noch so einen geleakten Trailer, glaub ich. Man hat aber sehr wenig gesehen. Also, oder war das Ecolite? Ich hab's schon wieder vergessen. Ist auch egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich fand's so gut. Ich hab Bock. Okay. Ja gut, eigentlich soll man ja mit einem positiven Gefühl aus seinem Podcast rausgehen. Vielleicht schneide ich das doch nochmal um. Nein, das Positive bist du. Du bist ein sympathischer, junger Mann mit sehr attraktiver Stimme. Deswegen, das ziehen wir uns da jetzt raus. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also, ich hab ja Book of Bobba völlig ignoriert. Und Bad Batch auch links liegen lassen. Obi-Wan fand ich ja, ja gut, teilweise auch sehr schwach. Aber manchmal auch okay, zumindest. Ahsoka fand ich wirklich mies da auch gerne ins Recap reinhören. Aber Ecolite hat das Ganze für mich leider nochmal unterboten. Ich fand diese Serie wirklich einfach nur über weite Strecken stinkend langweilig, unmotiviert, schlecht geschrieben, schlecht geschauspielert. Ja, so ein paar Aspekte kann man sich vielleicht rausziehen. Und wenn man dann da ein bisschen mehr in der Lore drin ist, dann vielleicht auch. Was weiß ich. Aber unterm Strich war das für mich gar nichts. Also, das ist wirklich für mich eine der größten Enttäuschungen des Jahres. Und ich werde mich hüten, mir davon noch eine zweite Staffel anzusehen. Aber Endor Staffel 2 freue ich mich sehr drauf. Und damit würde ich sagen, beschließen wir das hier. Ich finde es echt krass, wie lange es geworden ist. Aber ich bin gespannt, was davon da noch übrig sein wird. Ihr könnt uns da draußen natürlich aber auch sehr gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Kommentare schreiben, ob ihr die Serie geschaut habt. Was so eure Gedanken sind und auf welcher Seite ihr steht. Also eher so auf der hellen von Till, auf der dunklen von mir oder so. In der grauen von Johannes, wenn ich das sagen darf. Johannes ist, glaube ich, schon ausgecheckt, seit Till gesagt hat, dass er Obi-Wan feiert. Wir müssen nochmal alles von vorne aufnehmen, damit er jetzt doch haten kann. Einfach nur das Prinzip. Genau, genau. Es wird jetzt, glaube ich, ja, ich weiß nicht, Skeleton Crew, ob dazu was kommen wird bei uns, seid gespannt. Aber Endor Staffel 2, da würde ich sehr, sehr gerne Recaps so machen. Die soll ja, glaube ich, ich glaube, nächstes Jahr im Frühjahr soll die erscheinen, ne? Angeblich. Weiß ich nicht, tatsächlich. Aber es ist die letzte Staffel, also die schließen das dann ab. Ja, ja, genau, das ist die zweite. Das war ja so von Anfang an so vorgesehen. Johannes, weißt du da was genaueres, wann die kommen könnte? Nee, ich weiß auch nur frühestens, ja, Anfang nächsten Jahres, aber mehr weiß ich auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, beschließen wir das damit. War trotzdem ein interessantes Gespräch. Ja, ich gehe gleich irgendwas anderes gucken, Hauptsache nicht Ecolight. Und ansonsten bis dahin möge die Macht mit euch sein und ihr dürft euch natürlich auch noch verabschieden. Ciao, ciao. Ach so, ja, dann fange ich an, ne? Ach, ich hab jetzt auf Johannes gewartet. Aber, ja. Ihr könnt euch drum kloppen. Ja, vielen Dank, dass du uns hier so grandios mal wieder durchgeleitet hast, lieber Dom. Es war mir eine Freude und ich hoffe, wir hören uns spätestens, abgesehen davon, dass wir im September kuscheln, zu Andor wieder. Tschüss. Dann zitiere ich doch noch mal etwas aus Star Wars, was vielleicht auch zu dieser Diskussion passt. Es gibt kein Frieden, Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.